Und ich will gewiss, wie ich ihn beitrete oder ich ihn einladen kann und was er auf einmal gestellt. Achso. Aber du lädst mich an bei den letzten Dings. Ja, ich will dich anladen. Ja, wer konntest du mich anladen? Wie gesagt, letzter Spieler. Fick, ich hab keiner von dem Spiel, da ging das nicht. Und dann kommen wir in meine Party. Nee, ich weiß nicht. Ich glaub, ich weiß nicht. Dann spielen wir in eine Runde und dann kann ich in deine Runde. Hä, eigentlich müssen wir sogar zusammenspielen, weil dadurch... Ich schwöre, Philipp, ich bin jetzt Ghost. ...kriegen wir einen doppelten... Top 5 an WinXP. Boost Deck and apply to everyone in Party. Philipp, ich kann jetzt Ghost spielen. Was hast du dir gedacht eigentlich? Was hast du in der Szene? Welche? So scheppert. Ich bin doch nicht da gewesen. Hab ich dich gespoilert? Achso. Nein, nein, ich kannte dich schon, keine Sorge. Boah, ich dachte jetzt richtig, dass ich dich gespoilert habe. Nein, nein. Äh, du kannst mich nochmal einladen. Nein, ich muss... Nein, wir machen es anders. Nein, wir machen es anders. Das wusste ich. Hm? Was wusste ich? Wir machen es anders. Aber ich kann jetzt Ghost als Charakter spielen. Dank dem Battle Pass. Ist perfekt. Der ist einfach teurer als der in Apex, aber finde ich hat es nicht gelohnt. Was kostet der denn? Elf Euro. Noch Perfeiter. Ein Euro mehr. Aber hier ist ja nicht nur Skins und so, sondern auch andere Waffen. Mehr Spieler. Ist der immer noch in, okay? Ich check's nicht. Wer bist du überhaupt? Sie erkennen dich nicht von meinen Facebook-Freunden. The Big Mac. Wieso nennst du dich so in Call of Duty? Wieso nennt er sich The Big Mac? Hm? Hm? Er ist nicht gelb. Ich suche was. Herrschaft, genau. Ich suche was. Alles gut. Kann ich ihm bei machen. Habe ich gerade auch gemacht, wo ich in der Runde war. Hm. Perfekt. Bestialischen Zombie-Helden. Das ist ein Messer, Alter. Das ist der, ne? Mottica. Digga, hol dir mal auch Kopf zu dir online. Das ist nicht auch brutal. Das ist krass. Hallo. Hey, du bist das am 16. Ist das Katis? Keine Ahnung. Bestimmt. Ah us up! Call of Duty Mobile, ne? Ja. Let's go? Was? Am 16, hallo? Perfekt, Digga. Oh, jetzt muss... Stand up, los gehts! Jetzt muss ich irgendeine Scheiße runterschmeißen. ich hab ne hg40 ne falsch klasse klasse wollt du eigentlich die festplatte? ist 1 gigabyte groß ungefähr ob du dir holst? wo müssen wir laden? ähm trainingsding star train yard nix von uns ja mach mal ich komm mich grad auf mein spiel digga ich bin hier drauf in herrschaft drin auf standoff wir sind geile alte maps drin alter what the fuck als ob wir zu zweit jetzt zocken können call of duty beste digga tschüss ich wurde direkt gefickt ja 3 weiterreifst bitte aber ich glaube ich hab mich jetzt immer bester im match oder unter den top 3 jetzt spiel ich gar nicht jetzt kann ich auch nicht unter den top 3 kommt ich frau nicht nur wie man... oh gott gegner ich stehe vor mich, check's nicht weil ich... ja er läuft einfach mit dauerfeuer, er läuft einfach nur und schießt meine team-mates bringen nichts ein was hab ich für team-mates? bis jetzt hab ich immer eigentlich gute team-mates, jetzt hab ich schlechte ohne scout das autogen, oh scheiße nein, die haben auch so die gegner nicht so krass ich hab mich nicht so krass guckst du mich schon an? 1% perfekt 2% ok, jetzt geht's hoch ich glaub wir müssen uns das jetzt mal vorbereiten 1,1 gigabyte, das ist ja schon krass also ab 16, ne? ich sehe das, wenn mein Handy auf 16 eingestellt ist ich hab mich vorregistriert, deswegen... ich weiß... wie viel kit war ich da? 1 oder 2? uh, double hm? du hast dich vorregistriert, deswegen... ja, deswegen wurde... hab ich direkt eine Nachricht gekriegt, nach wo es rauskam das sehen hab ich noch gestern ich sollte mich mal bewegen ok, kann ich mich noch mal bewegen das geht über Shareplay so, ich hab mich bewegt tu mir leid, ich hätte doch keine Runde suchen sollen nida oh, 1.30 schon verkackt, das geht aber schnell Gott sei, geht hier in der Halbzeit nur bis 50 und nicht bis 100 zu bringen, echt ein Konnachtschüt vor allem, ich check den Unterschied zwischen Team Deathmatch nicht und Front das beides ein Sealskrieg kannst du mir vielleicht eine Waffe suchen und dann fahr meine Fresse weg? ey, wieso kassier ich so krass? der hat einen Todbringer, wahrscheinlich so... da war die weg ich spiel sowieso gerne ich frag mich, wie du mit der Steuerung zu euch kommen wirst Don't get fired, stimmt was machen es hat Rick's Scouts vor deiner verfickten Fresse ja, au wieso ruckelt das denn jetzt auf einmal so... oh ne Pistole perfekt glaub ich auch noch kein Schatz, aber naja auf der ist ja Diga, wir verlieren das so auch so, weil meine Mälte nichts einh rutsch ich jetzt mal zu, au naau weißt du, wie starten? hallo geht nicht, perfekt nein, 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 Call of Duty dauert noch ein bisschen ich geh jetzt erstmal auf Snapchat ich muss jetzt erstmal... bei drei 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 ich schwöre der Mälte jetzt nicht genauer ich schwöre der Mälte jetzt nicht genauer ich schwöre was ich grad der Mälte denken muss oh, wir haben alles eingenommen hier gibt's sogar Reiniger und so da ist einfach ein Tod gemischt aus vielen Tods perfekt Black Ops 2 Maps Waffen aus allen CODs ähm nicht nur Black Ops 2 Maps auch andere Maps natürlich ähm ich glaub du bist vielleicht geschlagen aber nicht von mir ja ja, ist mir egal, ich bewege mich wir sind im Regen jetzt hab ich natürlich Glück ich hab mich gar nicht nur umsinn das ist mein Problem, ich komm erstmal umsinn auf den Schütz wir haben verloren, yeah ok Nizza so, nein, damit du dich jetzt fortbewechst damit dich rausfliegst du weißt nie was hallo mein mein Laptop hat sich gedreht ungeil dann was hat sich gedreht du streamst noch, ne dann was hat sich gedreht ne, mein Tablet mein Tablet-Bildschirm hat sich auch einfach auf den Kopf gedreht mir sagt also, du hast dich nicht mehr geht noch dann muss ich weggeboxt ja, ohne Munde, ich bin schlau, ne naja ich bin dumm, ich bin dumm nein perfekt aber das hat keine Munde mehr das ist meiner aber wo bist du er hat den Alchemisten skinning, find ich auch ganz nice ah fuck, nicht bei Doncat feiert aufgehen nicht bei Doncat feiert aufgehen überstunden, das ist nicht gut warum macht der das jetzt jetzt kann ich rausgehen das kann weg, das kann weg, das, 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 das das, 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 das das bring mir mit kurz zu bleiben guck mal, war doch ein bisschen schlau zu warten oh, der eiche Mist ist ein geiler Skiller, aber das Lise gefällt mir nicht so perfekt irgendwie hab ich jetzt schon Bock wieder auf die Mission Oh, Wingman Perfekt Hast du vielleicht Schildzellen, weil ich hab jetzt keinen Bock mit einer Schildzelle unbedingt nicht zu healen okay denn irgendwo war ich eigentlich auch noch, eh, jetzt, in der Schildzelle das heißt, wir müssen wie kommen wir denn wie kommen wir da hin wie kommen wir da hin die ist heute noch bei mir nicht ja, warte nicht, nicht, nicht locken, nicht locken ja, Philipp haa fuck fuck ich hätte ihn und er liebt darf ich ihn boxen darf ich mit ihm kennen ho das neue Item also wer kann mir deine ganzen neue Waffe oder was ich brauch hier ich brauch nur hier was ich jetzt kann, Philipp so hä was soll ich denn jetzt machen was will das Spiel von mir was soll wieso als ob das Trillion kostet tschüss pass ach, mein Spiel, mein Spiel, mein Spiel halt den Tick mit konzentrier dich jetzt ich hab auch oft gehört wir müssen hier irgendwie wegkommen, ich sollte hier wegkommen ach, das ist ne einmalige Sache wie soll man da wie soll man denn da hinkommen zum Loupdrop was ist das für ein Geräusch ach der, ach der Zug kein Plan let's go train der Zug ist angekommen der Zug ist angekommen als ob der wirklich sacht so der Train wartet auf der Station du musst dich beeilen ne der Zug fährt gleich los ach ich stell ihn rein da steht auch Train already stopped at Station das ist normal, das kannst du nicht ausstellen hallo guck mal ich Wille mhm hallo wie ist mich das der hat mich gelegt er hat mich auch mal in den Spiel geguckt er fährt nur los tut es er mich? ne, er spielt mir immer weg huiii hau auf, hau mit unseren Freunden ne ich weiss gar nicht wie schnell der ist ich weiss gar nicht wie schnell der ist ich find das geil, Alter ein Zug, Digga wie kommt man da rauf? irre ein Quadrion also jetzt passt ich glaub jetzt passt das ist der Spruch gerade zu dem was wir gerade machen jetzt mehr, das wollte ich auch grad sagen bester Spruch, Alter das war, das war ein Anteaser das war ein Teaser, Digga na, glaub ich nicht glaub's nicht da wär, er, er ist auch in der zweiten Saison gekommen okay, wo, äh, hören wir auf zu fahren na, weiss, wie komisch das ist, wenn du vom Zug springst, der fährt das sieht sich so komisch an ізents so nix Requires vom Squats noch, ne und ich muss Top 3 mit OKAY werden, Digga, das ist doch آren anders, irgendwas ich muss Top 3 mit, drei, halb ich muss mich auf den Fälscherz machen. Zwei. Hey, wie soll man denn da hochkommen? Mach doch hoch. Alles klar, Dolto. Wir können es nicht. Irgendwie habe ich schon Bock. Richtig Bock auf die Season gerade. Ich mache einfach das Level-Design, das Map-Design, das alles, dicker. Wir dürfen ein paar Aragami nicht vergessen, ne? Doch. Das ist einfach so gut. Das ist einfach die perfekte Anmod für einen Stream. Wenn ich mal anfange zu stremen, fange ich in der Runde an und mache dann Dinge. You should be proud to get defeated by the Gibraltar. Ich habe auch immer den Einspruch. Dips! Meins. Meins. Ja, man kehrt eine R301, der gar ganz so richtig viel. In übrigens hätte ich dir gerade... Ja, sorry. Denk nie nach, weißt du doch. Ich habe mich schon mal her, seit wann habe ich den goldenen Skid? Das Double schiebe ich jetzt in der größten Müllde. Ich werde den aufmerksam wieder mitnehmen. Wo? Wo? Seht ihr nicht? Wenn du einfach rein. Die trifft auch noch. Was kann er für ein Glück haben? Ja! 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 Er hat die mit weißer Jacke. Oh krass. Ich hab die breite Junge mit dem Event-Skin. Oh mein Gott, ich hoffe richtig geile Zombie-Skins, Digga. Oh mein Gott, ich hoffe, Digga, ich hoffe ein bisschen. Ich hoffe auch noch 10-Zombie-Skin ohne Witz. Ich höre. Ich glaube, es wird nur ein Event-Skin wie beim Rave-Event. Ich weiß nicht, was der Rave war, aber trotzdem. Zombie-Skin wie auch noch einer. Oder die machen den Anfang wieder. Von dem einen Event. Ich hoffe auch, Kayn kriegen einen Zombie-Skin. Essen die, wie sie nochmal der Anfang. Und dann muss irgend so ein geiler Zombie-Auswahl-Menü. Du weißt, was ich meine, wie bei Rave. Und glaubst du, wann kommt der? Jetzt noch nicht, noch lange nicht. Ich glaube, es dauert noch. Wann kam das ein Event? Wann kam das ein Event? Am Ende. Relativ am Ende der Season. Relativ am Ende. Du schätzt ungefähr auch Mitte oder Ende. Gib mal train jetzt! Achso. Ich bin noch gar... Bist du eins dumm? Ich bin nicht Jobraster. Gib mal train jetzt! Ich weiß. Ich meine ja auf den Mail. Ich meine ja gar nicht dich. Hm. Perfekt. Hä? Ist mal ein Freizeitspiel. Ja moin Digga, ich hab kein Freizeitspiel mehr. Perfekt. Scheiße, drinnen zu landen? Oh! Yeah! Okay. Was hier oben? Pure Leere. Warum bin ich hoch? Nein! Nein! Der boxt mich wirklich kaputt! Kann dir nicht helfen? Ich hab's ja gemacht. Ich weiß. Und ich darf nicht rausgehen. Fuck! Ich wenigstens... Ich hab einen Headshot gemacht. Okay, pass auf. Air 301 Mosambique. Ich werde auf euch. Ich hab' ich ja... Ja, ich werde auf euch. Oh! Nee! Oh! Vier Schüsse in Mosambique? Fragezeichen? Okay, okay. Jetzt haben wir gesagt, dass mehr als ein Spot hier gibt. Ja, wie will ich rum? Ja, natürlich mit der neuen Waffe! Du hast kein Leben! Ich quitte! Kannst du rausgehen? Nein, du brauchst nicht quitten! Du bist jetzt wirklich gequittet? Ja! Und jetzt? Nichts! Was? Du bist noch zu tun! Kannst du überhaupt ein Spiel starten? Ja! Du bist jetzt wirklich gequittet! Keine Ahnung, das ist in meiner Lobby. Achso, ja stimmt, das hieß wir auch nicht. Leave Party. Hauptsache Story von PewDiePie, Digga, und da drunter ist einfach dein Stream. Ich kenn's nicht. Hey, ich darf gleich rausgehen, ne? Recovery ist in 10 Sekunden. Ich kann suchen. Ich bin drin, der Scheiße. Was bist du? Ich bin erst in einem Match. Warum? Ob ich abbrechen wollte. Ja, warum? Bist du aus der Party gegangen, oder was? Bist du... Digga, du ringst mich grad so aufhören, ne? Du warst grade, kannst du ne Runde suchen. Da hab ich gesagt, ich versuch's mal. Aber dann sagst du, bist du aus der Party gegangen? Achso. Oh, sorry. Ja, ich kann eigentlich aus dem Match rausgehen, weil... das stimmt sich nicht. Man regt so bestimmt auch. Das ist mein Motto, der ja immer aufregen. Das ist mein Handy, Digga. Kann ich irgendwas sagen? Warte, bist du noch... bist du schon beim Auswahl? No. Wo ist mein Handy? Soll ich dich anrufen? Spaß, Ton ist aus. Das bringt nichts. Ich weiß. Handy. 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 Versteck dich wirklich jetzt keine Zeit. Versteck dich wirklich. Ohne scheiß warm zu sein. Hä? Andy? 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 Nein, ich werde davon verleidert. Ich werde mich komplett verliert. Andy? Handy? 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 Hey, ich werde mal hier verliert. Handy? Hallo? Handy? 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 Handy! Oh Gott diese Octane-Skin, ne? Handy! Na gut, Handy! So, ich spiel jetzt Doppel-Rank, ich spiel jetzt Apex-Rank, du pläst uns Doppel-Rank. Du bist doch noch eine Runde! Was? Oh, okay, mit. Handy! Zerträgtern, komm mal rein! Alle! Alle! So, Handy! So, Handy! 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 Oh, keine Antwort, schade. Ja, kein Plan. Oh, nicht so'n Typen, der nur die ganze Zeit Erbsen spielt. Oh, die Typen hören sich. 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 Achso. Rezept reicht? Ja, ich leuchte irgendwo. Das klingelt. Das klingelt. Das klingelt. Das klingelt so leuchten. Hallo? Leuchtet irgendwas? Bin ich dumm? Was denn? Hat's doch grad noch in der Hand! Das kann doch nicht wahr sein! Andy! Andy! Ja, Kopf auf! So! Schau dir! Kann doch jetzt nicht dein Ernst sein! Mach ich mal das Licht an! Jetzt ist Körper wütend! Andy! Wieso ist der Anruf weg? Nein, nicht der Typ! Nein, nicht der Typ! Andy! Ne! Er verabschiedet sich auf jeden Fall schonmal von einem scheiß Mainglöckchen. Möiji! Andy! Andy!? Ha! Andy! Andy! Wo ist die Kacke? Fühle mich fahren! Mit meinem eigenen Handy! Handy! Bist du durch mir vielleicht? Die andere Seite bist du auch nicht, oder? Nein, bist du nicht! Bist du hier hinter? Hier hinter? Ja! Ja! Oh mein Gott! Nice! Man kann ja mal schauen! Ich bin an der Stelle schon sehr maximal lost! Was gerade sehr sehr dumm von mir war! Perfekt! Ich bin frei! Oh Mann! Jetzt kriegt er, weil ich so ein Behindert bin! Und kriegt er Puff? Oh Mann! So. Jetzt kriegt er Puff. Oh mein, hab ich dich in die Chips-Tüte geworfen. Nein, hab ich nicht. Habe ich in die Chips-Tüte geworfen, that's what you said, Alter. Ob du kein Plan wollen? Ich kann mich, hab ich ja Kontrolle, das ist richtig. Ich weiß, was ich gerade gemacht hab. Ich hab meine Freundin gehört und hab doch einen Link neben mir hier. Robert ist doch sowieso kalt auf die Uhr zu zocken. Hä, wo hat sich das denn zuletzt? Habe ich mich zu? Du hast es jetzt gerade noch. Was hab ich gerade erzählt? Du hast geleckt, Mann. Ja, ja, ja. Ja, jetzt sucht er sich eine Ausrede. Ich hab kein Plan, wo es ist. Ich hab eher was mit Freunden jetzt verstanden. Dann muss ich alles zugeben. Wichser. Ich bin eher so Wichser, Digga. Ich hab mir was mit dem Wichser. Ich rede mal mit dir, aber egal. Achso. Doch, Cem. Aber egal, ne? Aber, aber egal. Wenn du einen Wichser bist, dann hätte ich dich gerne so nicht. Ja. 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 Junge, Alter. Ernsthaft, jetzt. Wo ist er? Nefft? AAAAAAAA mah ... Let's find my Handy. Train immer noch, ne? Du kannst doch mal ein Handy jetzt. Das heißt, ob du wirklich dein Handy jetzt nicht findest. Ja, das ist anders krank. Kann man ein Handy verlieren? Ey, ich kann auf jeden Fall ein Handy hoorten. Ich will ein bisschen Musiker machen. Irgendwo verlierst du meine Hände. Deine Pistole brauche ich. Hast du schon überall geguckt, also wo du glaubst es ist? Es war kein Hutschach. Perfekt. Jetzt geh ich raus. Ey, warte, warte, warum konntest du eigentlich gerade... Ich will aber rausgehen. Warum konntest du was? Warum konntest du gerade versuchen, hä? Das ist jetzt mit der Bann. Handy. Hey, Hendrik ist immer gequittet, wo er noch nicht tot war. Das hat ihm die Sperre verschafft. Ja, das kann auch sein. Das glaube ich auch irgendwie, dass man erst rausgehen darf, wenn man... Wo ist das Handy? Der ist unser Trigger. Von einem tierkigen Kasten. Der ist sogar relativ groß. Ey, ich bin so tot. Der lebt euch schon wieder. Oh mein Gott, Headshot! Irrenspiel! Wie ist dein Elm so kacke? Das wird so leer, ich bin so low. Handy! Wo ist der Typ nicht? Ich schwöre, wo ist das? Nicht ich sterben! Er sterben! Danke! Digga! Ich habe mich nie so krass getötet auf mein Handy gefühlt. Habe ich vielleicht doch in die Chefsüte gebraucht. Nein, ist es nicht! Octane, bitte! Was? Ich muss Octane spielen, ne? Und du hast gesagt, ist okay. Nein, da sehen wir jetzt auch los. Wo ist mein Handy? Ich hab das doch nicht gefühlt. Was ist das? Ich hab das doch nicht gefühlt. Warum ist der Typ schon drin so, Leute? Digger! Ich lasse mich in meiner Hunde. Ich darf nicht spüren. Ich muss das doch spüren. Ich kann ihn doch mal nachschauen. Leer! Leer! Hör mitten im Leben, Digger. Du musst auch Gibraltar spielen, ne? Oh, Junge! Nein, das ist Krypto-Spielen, genau. Das ist sowas. Wo bist du? Sonst hältst du ihn in die Lücke, aber das ist noch zugekommen. Schmeckt dich. Hier sind wir noch zu zweit, kann ich mal sagen. Ich fühl mich so getriggert! Von einem Handy! Ich krieg so viel, Alter. Als morgens witzig! Ich fühle dich künstlich aufregst, Mann. Du bist Job machst also, nicht nur, wenn man anscheinend vorwiegen geht. Teils doch. We were well prepared. We were well prepared. We were well prepared. We were well prepared. Hat er echt nur ein Spur aufgefangen? Meiner Kettel. Als ob du gerade nicht mit mir mitgehst, Junge. Was ist das? Was ist das? Ich hab hier noch einen Aufsatz mit. Ich hab hier noch einen Aufsatz mit. Für Flat and R3 1, den ich nie wieder mit hab ich gesagt. Das hab ich nie einschmissen. Ich hab hier noch einen Scout-Aufsatz. Den nehm ich auch nie wieder mit. Perfekt. Die neuen Aufsätze enttäuschen mich. Die sind nur noch... Ja, moin, Digga. Ich hab den in Anlass gefickt. Ich hab noch gar keine Longbow aufgehoben. Ich auch noch nicht. Ach, der Zug fährt grad an mir vorbei. Was hab ich mir? Perfektes Timing. Kann er mich direkt mit mir. Da haben wir ein bisschen wartet. Ich muss hier looten. Nein! Schaffst du? Nein, ich will nicht. Ich hab einen Super-Bust. Ich hab einen Super-Bust. Was sollst du so geil haben? Ich bin immer noch getriggert von meinem Handy. So kann ich nicht vernünftig spielen. Dass ich mir die Kotte drin hab. Schau auf meinem Handy hier. Links hier. Links. Also hab ich hier liegen, Axel. Dann bin ich auf Tour gegangen mit dem Tablet. Weil irgendwie sie kommt hier früher. Hab ich ja auch gemacht. Weil ich direkt weg bin. Da hab ich... Da hab ich... Ich hab im Stream gesagt, ich bin gerade zack. Dann hab ich mir ein Colt auf Tour gekauft. Bin dann auf Tour gegangen. Und dann bin ich hier liegen. Aber ich hab's nicht gebraucht. Wofür? Was ist denn da? Wofür? Was ist denn da? Was ist denn da? Wofür ist das denn da? Longbow, hast du noch Skullpieser? Nein. Skullpieser wurde weggemacht. Einzhaft. Spann Skullpieser mehr. Leute, der Skelett war auf dem Blatt. Auch nicht für den Wingman. Ja, das ist ja richtig geil, weil ich noch sonst mit der Waffe machen muss, Alter. Hey, der Skelett war doch im Battle Pass rot an der Longbow, ne? Aber post an der. Muss ich ja noch ändern, an der. Der Schädel hinten, der war doch rot, oder nicht? Was meinst du? Ich schluck mich nicht. Ach so. Ja, ich muss die Waffe sehen, damit ich das dir sagen kann. Das ist ein Roboter. Ich habe auch vorhin einen Roboter gesehen, als ich auf musste. Oh, perfektes Timing, wo er zu Gold gewechselt hat. Perfekt. Ich habe das Timing für die Dreiworter. Der war one-shot mit der. Komm, Kika. Goldner Rucksack. Ja, mich auch, ne? Pistel? Pistel. Doch, keine Pistel. Pistel. Pistel? Pistel? Keine Pistel. Fuck. Ich muss Gegner scannen mit Männer drumherum. Ich muss Top 3 mit diesem Typen hier werden, den ich gerade spiele. Weißt du nochmal? Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob Mosambik als Pistel zählt. Oh, fuck. Fick dich. Oh nein, der hat die Laserwaffe, der hat die Laserwaffe, der hat die Laserwaffe. Ich bin tot. Schau mal die Reifen zu dritt einen Typen an. Naja, das ist doch schon. Das ist doch schon nach gut in Soma nicht. Alter. Komm, du schaffst Top 3. Ich glaube nicht. Zwei Meinelungen, Bau. Ist doch. Ist das eine Drohne? Warum fliegen mir so viele Drohnen lang? Ich werde die EMPs. Au. Wo ist das Jumphead? Vor allem, es wurde nicht mal getektet, wurde von einer Drohne. Willi? Da ist ein Portal auf jeden Fall. Ja, es tritt. Ja, ich geh auf ein Portal um den Gegner. Ich bin Lebensmittel, aber keine Sorge. Ruckzuck ist mein Sch... Bitte zuziehen. Nein! Danke. Willi, schau mal an. Boah. Weiß ich nicht, was ich dann nenne. Nein, der nimmt nicht sein Herz, weil der nimmt was Mechanisches. Ja, ja. Da kommt wer hoch. Ich wollte, wo gesagt, da kommt wer hoch. Hoch zu meinen Händen. Ey, Junge. Ich hab nicht nur einen Plan, wo das sein könnte. Ah, ich hab's. Es ist hinter... Alter, es liegt in der Couch. Ich hab nicht die verfickte Scheiße in der Couch. Geh, ich mach jetzt meinen Klingelton auf, falls ich nochmal vernehme. Kannst du mir anrufen, wenn wir meinen geilen Klingelton hören? Oder mit mal schreien? Ich hab einen geilen Spruch von der Kayle als Nachricht. Alter, jetzt hast du mal. Ja, durch dieses L-Plex Soundpush kann man halt die Modifications abnehmen. Ja, ich hab dich jetzt reingeschissen. Ja, nein. Ja, doch, ich hab reingeschissen. Du sollst mir doch schreiben, nicht anscheißen. Ja, doch, ich hab noch reingeschissen. Fuck. Scheiße. Nein, Digga, kacke. Kacke. Download, too slow. Halt's auf, Digga. Ja, ich könnte auch voll den langen Spruch nehmen, warte. Ich suche mir mal einen aus, der richtig lang ist. Und ich könnte auch nicht. Die Sprüche von der Kayle, die besten. Ich hab ihn gezogen genommen. Mach mal. Mosabikir. Ich hab nur noch Tane genommen. Ich schwirr, ich warte auf Tane drauf. Wie hast du das denn? Wie machst du das? Naja, wie geht das denn? Cedric, wie geht das? So, mach nochmal. Jetzt hab ich einen langen Spruch von der Tane. Wen erzähl jetzt nicht. Jetzt komm ich was am Blatter dann mit. Ja, guck mal erzähl. Mosabikir. Stell mal vor, Digga. Du bist auf der Arbeit, Alter. Du bist auf der Arbeit, Alter. Ich hab mir einfach das kürzeste, den kürzesten Kill gespürt genommen. Download, too slow. Download, too slow. Rufe ich mal an, ich hab voll den ganzen Geilen. Es ist doch nicht von IPEG, wenn ich jetzt noch vollgeil Klee trot. Tschüss. Es war dann online. Gleich stets. Okay, äh. Indi, mini, mini! Auf Wiedersehen! ja das ist auch kenschen ist aber der beste der was ich immer was zählte ich nicht immer anderen mit gewissen was passiert ob er das nur einmal sagt weil wenn nicht aber ich kann damals anrufen sound nehmen nein doch noch nicht ich habe mich darüber scheiße Ich muss da hinlaufen. Wo ist der Beek hier? Wo ist der Beek hier? Was ist der Beek hier? Nein, nicht noch. Ich ständig wollte. Fülle, wir obtain das Down-Syndrom. Kick da! Boxen! Jaaaa! 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 Erste One-Hit. Jaaaa! Ich kenn den Meinen zu dir schon so. Hast du ihn genocht oder was? Nein, warte! Daaaa! Jetzt komm doch her! Du bist so ne Pussy aller! Daaaa! Geht doch! BAM ins Gesicht gemacht! Boah, das ist schon irgendwie geil mit der Box ins Gesicht. So, Schütze, wir können mir... Warte! Warte, das ist meine... Ich hab noch nichts an... Jetzt ruf mal an. Oh mein... Oh mein Gott! Der größte Abfall, Digga! Auch wenn ich hier von Octane gehe... Ich hab euch das gewählt. Von Octane von Bloodhound. Jetzt muss ich ja mal meinen alten Klingel totfinden. Wo finde ich den jetzt? Digga, da kommt einfach so ein kompletter Rand. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Oh Gott, Alter! Äh... Finde ich meinen alten Klingel tot? Äh... Einstellung? Alter, hab mich das jetzt abgefuckt, ey! Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Äh... Äh... Ich hoffe... Time is flying... And I am too! Nein, du sagst doch was, oder? Ja! So, ruf nochmal an, bitte! Ich will wissen, ob ich das jetzt geändert hab. Ja, was hab ich hier? Nein, Digga! Dann krass dir mal aus! Oh, geil! So, jetzt kann ich das machen, was ich wollte, weil ich mein Handy ja jetzt wieder gefunden hab. Ich hab ein Kiel von 3 in einer Runde. Ja! The time is flying! And I am too! D-d-d-d-down-low! D-d-d-down-low! D-d-d-down-low! Too slow! Geil, ist das nicht schön ohne Waffe durchs Leben zu rennen? Ja, das wäre das Beste, ne? Mh, 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 mh! Enemy spotted! Enemy spotted! Yay! Ach ja, ich muss eh 10 Doktors mit der neuen Waffe machen. Oh, Philly, weißt, ich find das so witzig, ne? Hm. Ich hab als erste Woche Mission genau dieselbe, die ich im Season 2 als erste Phase mache! 50 Hip-Hop mit LMGs! Niiiis! Ich mit der Air-Drohne rein. Aber es klappt diesmal ganz so geil. Besser, oder was? Das ist ja ne Drohne! Scheiße, ne Blau! Was zum Fick ist das denn jetzt? Mein YouTube will nicht laden. Achso, ich benutze meine E-Zeit-Verbücher. Ich gern bin, dass ich... Ja, er trifft mich in der Luft. Oh, oh, Laserwaffe. Let's go, weißt! Ey, man kennt nicht, dass der Gegner sind. Ja, ich sehe vor, du bist so... Du bist so... Ich keine Ahnung, wie in der Schule. Wo war das denn hier? Ah! 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 Na! Na! Ich werde auch nicht zu finischen! Oh! Kannste jetzt schon rausgehen? Werbung, shit! Weil ich hole die jetzt, okay? Ja, ne, mein Kampf ist coole Musik. Ja! 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 Das ist auch eine Musikkunde für dich. Ich kann auch alles hier machen, was ich mir zu machen. Ich muss mit deinem Wasser ziehen noch, und lass ihn gehen. Lauf einfach! Stimmt! Stimmt! Nein! Egal, lauf doch! Ey, warum was macht der... Ey! Ich hab keine Sorgen, du kriegst mir ein bisschen Motivation, okay? Musa Bicke, ja! Nein! Oh, ich hab Elbe, ich vergess mich! Was, warum bist du Stufe 4? Grau, gao, lila! Oh, komm, Skin! Oder was weiß ich! Warum bist du Stufe 4 schon, ey? Über 8, Skin, Alter! Oh, warum du Stufe 4 bist, ich bin auch Stufe 2! Hey! Ich hab den Feuerskin für die über 8, aber ich find den, äh... Augenstuhl echt, boah, geiler! So, für den Film, ein bisschen Aufwunderung, warte! Jetzt kommt wieder geile Musik! Aufwunderung! Das ist das, was ich weiß, was du sprichst! Obtänt das Modanbiet, aber es kommt einfach noch von Bloodhound. Wo ist der Sinn? Will pick me answer more. Also es sieht so cool aus, aber ich komme mit deinem Fischkeitsüber. Ich glaube, der hat sich von solch Apex-Pack durch, nur scheiße, der hat sich jetzt Apex-Pack durch. Philipp? Hm? Ich glaube, beim nächsten Event, wir haben einfach 100 Euro Apex-Konditionen und werden 25 Apex-Pack. Will er was dazu machen? Und dann merke ich einfach bitte. Beim nächsten Event, ne, wenn das wieder so ist wie beim Bloodhound-Event, ne, also Ritter-Event. Dann wird euch eine Wollrückt. Kaufe ich 100 Euro Apex-Coins, kaufe mir so viele Kisten, die ich brauche, und dann das Gratzen-Einzeln dazu. Wo willst du überhaupt hin? A train. Ja, markier. Genau, er springt erst raus und markiert dann. Der hat ja beschrieben, auch die Nutzer. Aber die Sprengung sieht wieder einfach runter, Philipp. P, äh, R-E45 gegen R-E99. Boah, fast hat die R-E45 gewonnen, Alter. Hallo, die Schöne, ich bin Dank, jo. Ich glaube, er nimmt so'n Chip, weißt du, wenn du ja, ähm, hier so'n ultimative Training benutzt. Nein, er nimmt nen kleineren davon. Oh, oh, ich wurde gescannt. Drone, hier ist immer nur ein Drone, hier ist ein Drone, hier ist ein Drone, hier ist ein Drone. Oh, das Lied ist geil. Ach, bleibt diese komische Dinger auf Pistols. Cedric? Was? Bleiben diese Sachen auf Pistols. Was? Ja, zum Beispiel jetzt, äh, diese, das hier. Was, hier was, die ganze Zeit, warte. Hier. Ich seh'n, wie kurz ist D-Nur, ich seh'n hier. Und da rechts kommt noch einer. Ich mach'n meine Drone mal hier. Nein! Drecksmaid! Hä? Was, hä, was versteht man daran, dass ich gleich die Muni brauche? Was ist das denn für ein geiler Skin? Ey. Blue Fate? Hä? Das war denn keine 1145-Skin. Wo kommt der her? Philipp? Hm? Weißt du, wo das herkommt? Ich geb' ihn dir mal. Was für ein Skin? Hast du, du brauchst hier? Hier. Ja. Deine. Hier, der 1145-Skin. Wo kann's den denn? Ey. Weil, was steht da, steht was. Nicht 11. Ich hab' den Fack, Alter. Hopp, warum krieg ich mein Fuß hier? Perfekt, dass er abgeschossen ist. Das heißt, irgendwo bei uns ein Gegner. Vielleicht kann man eine Drone eben hinschicken. Genau. Das liegt. Super, was? Oh! Hier sind jeder eine Kugel. Da! Ich muss das Hedgehead zurückpütteln machen. Achso, Gegner. Ich habe mein Spiel konzentriert, sorry. Ich habe deinen Mad-Kid auch nicht drin, das war mein Fehler. Ich schwieg dir unterher, ne? Mein Junge, so viel dumm. Der kann Schaffer dazu nicht wir. Stimmt. Ah, ne, der ist genau außerhalb der Zone, also in der Zone meine ich. Komm, bleibst du zum Apex? Luke, ich habe ja gespielt. Philipp, kannst du dich auf Apex? Ich doch. Nein, machst du nicht, ich merke es. Ja, ist gut. Und der Mad muss natürlich alles looten. Ich will quitten. Ich habe jetzt schon wieder das Krasse... Ich habe so das Bedürfnis zu quitten. Tu's nicht. Fallen die nicht, wenn du nimmst. Ich habe keine Muniz, keiner will mit Munizum von euch abgehen. Komm her. Nein, warum? Nein, egal. Ich nehme jetzt einfach eine andere Waffe mit. Hä? Ich kann ja Muniz geben, Junge, ich habe was. Ich habe aber unschuldig. Top 3 wäre schon Ehre. Nein. Nein, das geht es überhaupt nicht. Werde ich mal mehr schauen. Ich weiß, das ist schon ein bisschen wichtig. Vor allem, wenn irgendwelche hier auf die... Ich finde den schon irgendwie cool. Hallo, der geht runter. Da ist der verschlossene Raum. Dann kann ich da nicht aufdrehen. Ich will die... Sack-Update. Da steht Update. Lies mal. Inactive. Inactive steht da. Hä, was ist das? Vault Offline. Aber guck dir... Guck mal, da hinten wie ein goldenes Körperschild. Digger, da hinten liegt alles. Vault Offline. Sack-Update. Sechs Stunden. Nee, ich würde sagen, man muss trotzdem den Schlüssel finden. Nee, sechs Tage steht da. Da steht sechs Tage. Ich glaube, egal wie... Dann passiert damit irgendwas. Aber ich glaube, in der Zeit kann man den Schlüssel finden und den öffnen. Da steht Sack-Update. Was will er dann irgendwie? Erdrutsch. Was ist das nicht? Was habt ihr alle einfach Legendary hier, äh... R45-Skin zu haben? Ah, okay. Noch mal, ey. Woher kommst du zu seinem Järp? Ich hab mal nen Rucksack vor, ich hab noch gar kein Rucksack. Loll, wie geil. Das ist gut gemacht für mich. Hm? Ja? Wir haben etwas sehr gut gemacht. Für welche Waffen sind das? Die haben das... Ich seh die Details noch. Und... Iva 8. Was? Mit der Iva könnte ich mir jetzt sogar voll gut 8 vorstellen. Ist ja sehr anders krank. Mit der Iva. Das ist nicht mal krank. Mit der Iva kann ich schneller... ...triggern als mit diesem Perk. Ich weiß nicht, ob ich trotzdem jemand hatte. Wuuu. Der hat dann eins. Wie schmeckt. Ich brauch hier noch eine. Aber... Ich brauch hier noch eine. Jetzt reicht grad, bräuchte keine. Ich brauch nur Knockdowns mit Pistols. Oh mein Gott! Drei Squats noch. Witzig viel gehört. Das rum geht hin. Bisschen abgesprungen wieder. Kann man auch wieder heranspringen? Ja! Ich guck mich neben beiden Augen. Da können wir losgehen. Nein, nein, nein! Nicht genau da drauf. Ich spaziere drinnen einfach hier. älster und togelchotter digga ich will die lol die hat jetzt ein visier bekommen die elster was? show me show me digga ja da komm man sieht ja gar nicht was da azzopp lol noch leichter du bedankst mich, das war meine elster das wär was anderes das ist deine drohne, ne? ist das deine? ja komm ich hier nur allerdings kann ich fliegen hm kennst du den ganzen zuttern oh my god nein warum ist die gerecolt ich wollte einfach nur rausgehen ist dein emp eigentlich ein strahl? keine ahnung 3x6 sind 18, ne? das heißt zwei gegner zu wenig wie das aussieht, ne? ja du bist ja richtig am zocken da oben explodiert viele das ist ein erbschein woher ich euch gegner spielen kann ah man sieht da eine drohne auch auf der karte oh 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 ich kann mehrere mit ähm i treffen gegner gegner von hinten, gegner von hinten, gegner von hinten, gegner von hinten gegner von hinten, gegner von hinten gegner von hinten jaaa oh warum stehst du dich auf köhler digga bin ich so weggetreten ich hab halt einen hedge-up gemacht DINGER Philipp 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 hinter dir oh GOAT wie kann man nur so schnell Ich wollte sagen, Enemy-Agent. Enemy-Agent. Enemy-Agent hier. Yay, 15 Enemies mit Zippe. Jetzt bin ich nie wieder. Punkt zu spielen. Ich muss eigentlich immer noch auf Tentschlinger, naja. Nub, ich bin bereit. Errorfehler, was? Sie haben den Boden verbessert. Ja, gut. Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Hallo? Ich bin dieses ganze Geschenk echt voll dumm. Ich glaube man kann es eh nur in den... Nee, zwei Seasons spielen danach wieder. Perfekt. Weißt du aber warum? Welchen Skin meinst du denn? Die Welle-Bass-Skins, jedenfalls spielen auch. Warum? Weil... Meint mir nicht. Weil nach zwei Seasons wird die Map eh wieder geändert und dann hast du kein Eis mehr, wo du dich verstecken kannst als diesen Skill. Zieh aus! Lass mir die noch wegziehen. Tobias' Foto, was ist der denn? So unerwartet ist ein... Krypto... Wo musst du hin? Das ist immer noch weg. Ja... Ich schaff's nicht. Bist du? Ja... Keine! Ich hab' den Level 110 nicht erschafft... Schafft's hart. Und bist du eigentlich bei mir als in die Hygiener gelandet? Und wenn dann ein 3er-Squart? Wenn mich komplett in den Arsch gefickt hat. Ich will Bunker wieder haben. Ich hab' jetzt schon keinen Bock mehr auf die Map. Bist du im Ernst? Wo bist du... Wo bist du jetzt schon nicht mehr? Er kommt zu, Digga. Er kommt zu, er kommt zu. Oh mein Gott, das ist so'n Bot! Oh mein Gott! Nimm uns an die Zirk, oder? Alter! Blatt und Fähne sehen richtig geil aus. Was? Oh mein Gott, warte, 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 warte. Blau! Nein! Ist das die neue Map? Ja. Zeig mal drück mal. Hals spät. Hals spät. Hals spät. Hals spät. Hals spät. Hals spät. Zerdrick. Hä? Ist das Tower? Hm? Ist das der Tower? Ähm, nein, das ist Train Yard. Fuck! Man sieht gar nicht mehr die Zeit, wie lang es her ist, dass einer lang gelaufen ist. Fuck! Warum findest du? Ja. Oh nein, Krypto. Das sind zwei Gegner. Ja. 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 Die Hände von den Bloodhands gingen dann richtig geil aus. Alter! Alter! Dafür, dass er genaust kam, hat er echt viele Schüsse getroffen. Mhm. Ich spiel' mir cool auf YouTube mobile nicht gut. Und wie ich spiel? Ich glaub' wir haben nur einen, äh, Facebook über Kontra. Da muss ich jetzt fest gefreut haben. Was? Ich spiel' mir mit Facebook über. Ich glaub' ich. Ich glaub' ich. Ich glaub' ich… Ich hab' schon. Häh, ich hab das so installiert, du hohen Sohn! Wegen, warum beleidigst du? Weil ich das installiere und es nicht geht! Ja, das wäre gut. Das war ja schlau. Wir müssen wieder nach trainen, ne? New map! New bell passen! Echt, nur als season 1 bell, der ist jetzt nicht wieder. Nach der alten bell passen. Ja. Weißt du noch, wo wir von season 1 auf season 2 gewartet haben? Ja. 20 GB grosser Apex. War nicht mehr halb so groß. Map Veränderungen. Dieses Apex komplett neue Map. Und das nur 8 GB. Oh, ich hab heute Druck auf dem Oberroben. Was ist das? Warum spannst du so? Weil ich dumm bin. Aber ich schmecke auf die. Ehrenlos, der ja. Spaß, das ist kein Beleidigung mehr für mich. Boah, Alter. Das... Letzte... Letzte Runde war mein erster Win und er freut sich jetzt. Oh mein Gott! Ich bin ja Champion! Ich hatte zwei Sekunden eh. Guck mal, ein namensloser Ort, bekommt einen blauen Ring. Ja, ey. Gab's doch schon mal? Ja. Dein Ort. Dein Lieblingsort. Ja. Ich... Ich... Ich schick Prick mir nach. Ich hab eh... Ich will mein... Ich bin die Eifel. Alter, wo hat der Typ so ne... Oh, hat der Typ solche Blitze?! Als ob der schon sowas hat? Was ob der schon ein Fall Dings hat? Wann gibt... Wo gibt's das eigentlich? Weil... Keine Ahnung. Keine Ahnung, Digga. Der hat auf jeden Fall Blitze. Das war kein Headshot. Doch, da war ein Headshot dabei. Schick dich, schick dich. Das war kein Headshot. Nein. Da kommen zwei Gegner. Da hab ich auch ne... Oh! Nice knock! Hab ich mit gebohrt! Eine war noch Fülle. Der für uns hin. Okay. Moin. Stimmt die Hände von den Glatons. Stimmt auch nein. So! Und die Ammo Deathbox habe ich zwei? Nein, die ist weg. Hab ich weggedutzt. War nur noch da n Schild und ein leichtes Magazin. Die Hände von dem Glatonskin sehen so geil aus. Hast du schon erwähnt, aber du hast recht. Du hast ihn auch gar nicht gesehen, oder? Ja. Ja auch, ich hab ihn selbst. Ja, aber... Hä? Du hast den ganzen Regenstück wieder gesehen. Okay, das stimmt auch schon wieder. Aber trotzdem. Wenn du vielleicht mit dem DEU Was ist das jetzt eine Lied, Digga? Moin. Oh, ich möchte das nicht voll. Ja, moine, fickt mich da nicht weg. Spaß. Boah, braun, ich wollte mit 10 Abgangs machen. Boah, irgendwie mag ich nicht immer für dieses Charge-Rifle. Das ist einfach ein verficktes Sniper, Alter. Perfekt. Junge, hörst du mir echt nicht? Ich weiß, das ist ja schwer, ich zugehalte. Hm? Ja, ich glaube, ich habe es bewusst. Das ist doch toll. Ich weiß nicht, warum ich mir jeweils wichtigen Dingen zugehört habe. Also, nicht wichtigen bei Elfax. Du hast irgendwas gesagt, ja, hast du. Was hast du denn gesagt? Ich brauche mit der neuen Waffe 10 Lockdowns. What the fuck, wann hast du das bitte gesagt, Alter? Das habe ich gerade eben gemacht, wo er sie markiert hat. Achso, oh, ja. Ja, ich schätze jetzt das. Nein, die doch nicht. Boah. Besser. Ah, danke. Das ist nicht mehr. Danke. Ach ja. Ich vergesse das immer, Munition mitzugeben, sorry. Das ist eine Sache, die ich einfach vergesse. Boah, Mieten. Zwei Schaden, nirgends. Ne, ich will das, ich probiere das hier. Doch, Double Tap, Tüla. R101, perfekt. Ne, ist ein Narbe. Nein, nein, nein. Boah, wie heißt das Lied? Sag mal. Keine Ahnung. Hä? Wie, hä? So, er verhält ein Lied, oder nicht? Da hat er sich weißt, die Zeit. Das musst du doch kennen, du kannst einfach gucken, wie das heißt. Ey, ich check jetzt gerade eben nicht, was du, was du, alles wieder. Wie soll ich denn das nachschauen? Warum hast du denn das gerade an deinen Lied? Das ist ein Stream. Ein Radio-Stream. Ach so. Okay. Okay. Ich muss dich nicht, sorry. He's in the Navey. Ach, wer weiß, ist deine Klima jetzt nicht? Das erste Mal in Longbowl im Spiel. Nein, ich hab so das zweite Mal. Das hieß, was? Boah, so sexy. Ich hab so Bock, dass die Erde 101 endlich groß wird, also ihre, ihre Form dann nimmt. Ist eigentlich wichtig, mit welcher Waffe du einen Knockdown machst, oder mit welcher Waffe du ihn killst? Knockdown. Die Mission lautet ja auch um acht, zehn Knockdowns mit der Charge Rifle. Hä? Ich meine, er hat 101, ihr Effekt. Ach so. Da, da musst du schon, ich check's trotzdem nicht. Wieso wurde im Konten direktuell die Gazire benutzt und wir können das nicht? Stimmt, so heißt das Gazire. Vielleicht geht das ja so. Du kannst deinen Weg. Aber nicht jeder kann einen Jumpdown. Weil das ein Vulkan ist, ich glaub das ist kein Gazire. Ich glaub, das geht noch. Bin ich eigentlich für ein Bloodhaut, oder war ja was? Warum? Warum wolltest du? Scandler, was heißt meine? Was ist meine Mission? Das war einfach schön zum Bloodhaut. Nee, ich hab irgendeine Mission nicht mehr dran. Da ist er nicht rausgegangen. Band für ihn. Glaub ich. Da war gar nicht tot. Oh, da ist so ein Ding. Ich stehe gar nicht an der Wand. Fuck. Ja, ich komm hier schon, ich komm hier. Wie viel? Wo bist du eigentlich? Nein! Er macht den Move seines Lebens, Digga. Und dann fickt der, wird er gefickt, alter. Nein! Und macht dann auch noch die Kills damit. Die Kills, aber noch dann. Season 3. For my daily channel. Warum hab ich jetzt Lacher gespielt? Achja, weil ich dritter werden muss. Achso. Warum müssen wir nur 10.000 Granaten mit? Hey, du hast doch gesehen damit, Junge. Wenn ich die sehe. Termin, Termin, Termin. Achter, 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 Achter. Frack, Frack, Frack. Termin, Achter, Frack, Termin. Achter, Frack, Termin. Und ob du keine Waffen mitnimmst und keine Emotionen. Nur Granaten. Ich hab kein Bock, weil ich Missionen machen muss. Ja. Ich mach die Challenge mit Pistolen. Weil ich muss Pistolen haben. Perfekt. Typos. Nein, ich bin... Okay, ich hab gewechselt. Naja, ich soll ja nicht den Heinrich machen. Sorry. Ich hab noch keinen Win mit Rave und Mirage bekommen, ne. Deswegen bin ich auch Apex nicht Achieved mit 100. Pistolen. 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 Ich werd bei dem Eistauer landen. Ich hab richtig Bock. Nein, ich muss Train landen. Pistolen. 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 Ich lande da wo ich möchte. Nicht wo du möchtest. Pistolen. Wir sind jetzt die ganze Zeit da. Ja, ja. Das stimmt. Irgendwann... Alter, dieser Eistoll. Ja, aber schon anders krank aus. Wir haben's Körperschiff. Pistolen. Ach, du warst nicht mehr Waffen. Ach. Sag mal, wenn du nur gerade Achtung gehst. Ah! Ich sag nur, wenn du hier ein Gegner findest. Wirst du jetzt wirklich durchziehen? Ja, Junge. Ich scheiße. Ich zieh jetzt nicht durch. Was war mit Pistolen? Oh, man hat sie weggeschmissen. Nein, die haben sie weggelegt. Wird sie einfach mitnehmen können und dann einfach... In solchen Momenten. P 22, 22, 23, ein Headshot. Headshot? Oh, noch ein Headshot kommt. Noch ein Pistolen. Dann hab ich meine Daily Mini. Ich hab sogar diesen Headshot, diesen P... Das kennst du ja, ne? Ja. Ich hab das bekommen, er hat keinen Schaden gekriegt. Ich hab diesen Sound gekriegt, er hat keinen Schaden gekriegt. Und es waren sogar ein Headshot, hab ich gesehen. War mein Engel. Hättest du ihn mitgenommen und dann einfach nicht ähm... Ja, sorry, ich muss ja nicht mal weiter. Ah, ernsthaft, ich weiß nicht, du nicht. Ach, das ist ernsthaft. Hey! Ich bin halt traurig, dass du im Season 1 für Level 25 geschafft hast. 59, wenn ich bitte darf. Ich hab ja auch nur für dich gezockt. Ja, dafür bin ich auch dankbar, du hättest auch nebenbei, wie du es jetzt für mich machst, meine Day nicht nur machen können. Meine Weeklys hätt ich dann gemacht, wenn ich Zeit habe. Aber hast du eigentlich für mich gezockt, was hattest du dir eigentlich vor? Keine Ahnung. Ah nein, du hast keine eigene PS4. Ach ja. Da war ja was. Nein, ich hatte meine PS4 nur am Wochenende, das war das. Genau. Das war der Hase. Ich hab keine Musik mehr, ich hab meine Musik nie ausgeschrieben. Wann ist's? Guck mal was? Das ist's. Das ist's. Die sind's. ich habe mir keine Musik mehr, ich habe meine Musik nie ausgeschreit, das weiß ich. I don't know. Vielleicht bei dir Musik, bei mir ist keine Musik. Bei mir läuft Musik. Nicht die Musik, mein Menü. Ah, jetzt ist nie da. Die gute alte Ente, was ein Irgendwann. Die gute alte Ente, man kennt's ja nicht. So, wo wir jetzt so landen. Wir waren schon bis jetzt überall. Wo waren wir noch nicht? Doch, es gibt noch. Da waren wir. Da nicht. Da waren wir noch gar nicht. Sei egal, wir gehen trotzdem rein. Wir sind Skyhook noch nicht. Aber nicht, dann gehen wir zu Skyhook. Vielleicht brauche ich ja dann noch einen Skyhook vielleicht. Das wäre eh. Ich muss noch abgesetzt machen, dann habe ich meine Daily Mission fertig. Top 3. Da muss ich noch 3 Kids in der Runde machen. Ich will jetzt nicht spammen. Alter, es sind hier viele. Ist klar, ne? Super. Warum klingt er sich nicht ab? Ey, nein, nein. Scheiße. Nein. Natürlich fickt er sie. Natürlich. Spiel. Nee, ich liebe. Fick dich. Ist mir egal, was noch lebe ich. Bitte. Boah, ich hab doch mal Viereck vor ihm gedrückt. Gib mir doch die Muni, wenn du mir schumpfst. Gib mir doch jetzt die Muni. Wie? Ey, das ist so ein Spack, oder? Bann? Nö. Sollte ich. Ich hab's Angst. Ich hab's Angst. Ich hab's Angst. Oder einfach ne Dummes. Oder einfach super, weil er Müll generaucht hat und weil er irgendwie einen Kauken hat. Was ist denn da? Ich hab's fantastic gemacht! Ich hab's Stanley. Jau, ich sag mal. Ich hab's geblieben. Du Spacko! Wuhl, du Spacko! Boah, ich bin frei! Was ist das? Ich hab's Angst. Wenn du hier mal rauskriegst. Du vorbei, wuhl. als mich vom Gegner die Energy-Money holen Ey Oh, es ist jemand als Zuschauer dabei Ich würde dich jetzt schlagen, ne? Das ist eine Rende jetzt, ne? Es wird sich keine Energy-Money gibt, ne? Ey Dieser Typ, ne? Safe, er denkt sich gerade so Okay, du hast mir die Havoc geklaut Deswegen gebe ich dir keine Energy-Money mehr Willkommen ins Stream Willkommen zurück Kein Plan Hier ist noch einer, hier ist noch einer Woh? Schwierig ist der Typ Wenn wir noch einen Ach komm Digga Mann! Der geht einfach so low, alter Nein, er stirbt nicht Warum? Ja, keine Ahnung, weil er nicht stirbt Ich hab 4 Likes Mach's doch bereit Woh ne Diese Top 3 Bisschen Woh ne Top 3 Top 3 Bisschen Ich hab' Stimme Oh mein Frisse, Alter I'm more prepared than you. I'm more prepared than you. I'll push the envelope. I shred it. I shred it. I shred it. It's double. It's double. I level 23. Ja, das ist süß. Ja, das ist Fähigkeiten, ne? Ey, die Posen von mir geklaut. Können wir nochmal springen? Hä? Stimmt, ich war der dritte. Eigentlich hätte ich checken müssen, dass ich Jumpmaster da war. Und wir haben es auch abgemacht, wo wir ihn springen. Also jetzt... Kann man da ganz so? Ich glaube, da kann man schon hin landen, aber... Nein! Ah, jetzt hab ich runtergekickt. Ja, willst du verarschen? Also ich kick dich, ey. Wir gehen nach oben. Komm, Top 3 schon runter. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Weg? Die Piste. Eine Piste. Ich auch. Pizza ist panzig und... Ich weiß nicht, wenn irgendwas er bliegt. Muss man da eigentlich richtig drauf schießen? Auf diesen Bot? Wo? Welchen Bot? Auf den Bot, der herumfliegt. Kann man da hoch? Ja, auf die Insel, weil die da aufkommen. Weil man da drauf gehen kann. Ja. Wart's, wie's er gold ist? Also ist aber nur kurz, kurz gold, ne? Nice! Hab ich's noch? Doppelmesser noch. Jo. Kann man nicht nach ganz oben? Jo. Bei mir ist er. Wart kann man... Doch. Oder? Was ist denn das? Du bleibst nach oben, oder was ist das da oben? Was ist das für eine Level-Free-Shit? Komm mal. Nice! Knockdown. Perfekt. Fick dich. Ich weiß nicht, ich find die Treppen nach oben nicht. Ach hier. Oh, Digga, das ist Ripp. Die Treppen sind Ripp. Also, wirklich, hier sind die Treppen oben. Pass auf, wenn er kommt, ne? Sind zwei genockt. Ach, du bist der andere. Was ist der? Da. Da war ein Headshot bei, auf jeden Fall. Perfekt! Der ist der beste Spieler, Digga. Ich wurde von hinten einfach easy weggesniped. Kann man nix machen. Wir sind Drohne! Ach, kann mich nicht zerstören, ne? Ach so, ne, unsere. Schieb, der war unruhig. Was ist denn für ne Waffe? Uh. Ich will ne 1 oder 9. Das ist super, ne. Hey, hier ist ein Double-Tap und da irgendwo ist ein Ever. So, das ist ja jetzt. Na, ist mir jetzt auch grad egal. Das ist mir jetzt auch grad egal. Oh, wie hie ich mich eigentlich mit Lock-Tain? Wow. Das wär jetzt wie rassistische Auserlöten. Also Rassist, Digga. Ich hab nix gegen seine Rasse gesagt. Das ist zwar eigentlich von mir. Z-Ring, es geht wieder los, ne? 3000 Granaten. Hä, das ist doch verschlaut, siehste doch, hast du grad gesehen. Ja, gibt's Treffer? Ja, also. Frack-Renade, Darkstar, Schützen. Kann man da nur glauben? Oh, ne, kann man nicht schärfen. Ja, jetzt brauch ich nur noch 2 Kills in dieser Runde, dann hab ich mit meiner 2. ein bisschen aufgeschärft. Perfekt. Wissen wir das jetzt mit meinem Call of Duty? Weil dieses Spiel mich verarschen, Alter, ich kann das nicht installieren. Habt ihr installiert das nicht, weil ich nicht dabei bin? Wieso, weil... Gut. Ja, keine Ahnung, irgendwie verbacken oder so. Ich dachte grad, ich wär in der letzten Runde, weil da hatt ich mir an das Körperstück dahin gekommen, wie ein Helm war. Naja. Perfekt. Perfekt. So an Versehen. Ich hör euch das mal an. Ich hab ja jetzt insgesamt 5 Granaten. So. Wenn ich jetzt hier noch 2 Kills schaffe, dann mach ich nächste Runde. Probier's. Ähm, willst du nen Ulti-Accelerator? Ne, ich bin schon meine Ulti schon fertig. So, nächste Termit-Granate. Hier fliegt was. Hast unsere drum. Okay, ich krieg mal einen Schringer da. Ja, das ist jetzt voll komisch an, ne? Passt Gott's noch, 8 oder so. Ja, 8 noch. Hört sich halt an wie ne Drohne, die rumfliegt. Kommt damit halt komisch an. Ist hier einer? Nein? Perfekt. Ich glaub 400 Schuss, wenn hier etwas reicht. Für was? Ja, 400 Schuss. Okay, wer hat bitte 400 Schuss für schwere Muni? Philipp. Sag mal. Ne, leichte. Ja, ich weiß. Aber warum hab ich grade gefragt, wenn man sowieso keine 400 Muni hat. Schwerer. Boah, ich mach jetzt skillig. Ich wirkte auf die andere Subline. Boah, skillig. So, ich mach jetzt. Komm, ich mach jetzt hier jetzt aus dem Wub. Okay. Okay, ich hab's nicht verkackt. Ich hab's verkackt. Scheiße. Hast du echt? Ja, ich hab's einfach so was, was... Okay, mach's nicht. Hab ich wirklich, Digga. Keine Ahme, und gelegt oder so ein Kapper. Geht was so raus. So, jetzt hab ich so bekommen. So, jetzt hab ich so bekommen. Du kannst du train, ja. Oh, da sind Tote. Oh, da sind Tote. Oh, da sind Tote. Oh, da sind Tote. Oh, wieder eine Granat am Start. Oh, da sind Tote. Mit dem Ernst aus dem Werderein. Ah, da sind's. Das wird, wenn der Gegner die ganze Zeit stehen, ne? Ganze direkt flauen. Das ist mir ernst. Ja, und komm, dann. Ich komme aber ist ein sehr großer Weg. kann ich installiert werden einfach so teuer ist das ich kann ich kann nicht da oben so schnell nicht die rave checkt gar nicht ich schieße ab die checkt so nicht die trotz ab aber sehr gut wenn ich nicht so lange ist und kriege sie macht portal sie rennt weg perfekt ist eine kommt jemand hoch ich hätte kein fischchen macht jetzt tut er mich oder nein wieder hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir hä ich will doch runter kommen hier runter bitte kommen einfach runter den fahrstuhl Wir gehen weiter. Er benutzt, er benutzt, er benutzt. Er hat doch, er benutzt, ich bin. Er ist bombig in Insta. What the fuck? Hey, man. Ja, fuck. Genau, ich traf jeden Schuss, er stirbt nicht. Ich werde zwei Warten schaffen, ich bin vor allem. Perfekt. 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 Töte sie sich, bitte, 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 bitte. Links. Oh mein Gott, was war da für eine Reaktionzeit. Kann ausgucken, ich werde abklappen. Oh. Alter, man, Top 3, ihr Top 8, ey. Yay, 3, 14 Headjobs. Und ich wollte mein Ladebildschirm, mein Name. Wo ist der auch kein Ladebildschirm? Ich eigentlich noch was Fandom. Wie heißt der eigentlich eigentlich? Ah, Record Breaker. Record Breaker. Ich will, mach mal, mach mal ein bisschen, genau. Ziem random jetzt. Random, triggern dich. Wieso kann denn Call of Duty Online, äh, ja. Geht nicht. Geht nicht. Ne, wieso nicht. Äh, Call of Duty, versuch es noch einmal. Falls das Problem weiterhin besteht, ja, kann ich installiert werden, Missgeburt. Was wollt ihr jetzt von hier? Ich höre dir gar nicht, ich starte jetzt, äh, Store neu. Mann, darf ich wieder auf Tele spielen? Achso, wenn ich Top 3 gewonnen hätte. Willst du so langsam wieder, oder was? Ne, weil es ist uns tragisch. Dann spiele Leute, die du spielen musst, Mann. Ich spiele Leute, die ich spielen muss. Gut, dann mal weiter. Dann hat's auch kein Spaß. Fick dich. Ich kann, man muss, ich muss wenigstens vier spielen, das heißt, ich kann immer einen spielen von denen. Der Typ heißt Dildo Swagons. Ich bin mir so scheitern. Ist irrelos, Mann. Jetzt war ich eine lange Reile, hab kein Bock mehr zu schützen, weil ich die Granada anfällig. Vielleicht mach ich damit ja drei Kills. Aber what the fuck, wenn du zu weit oben bist, dann steht da Return to Battle. Ich mach theoretisch nur Pistol Challenge. Ah, Pistol bewegt. Aber in kritischen Situationen wird die auch verändern, Nö. Nein? Soll ich sie? Ja, klar. Perfekt. Ich muss erstmal Granaten finden. Junge, es geht nicht, warum? Halt die Fresse, Mann. Was machst du? Ich hab jetzt Handy neu, Alter. Soll ich rumholen. Ich hab jetzt Handy neu. Was hast du denn, Handy? Ich hab mir noch eine 7. Das hat sich nicht geändert. Ey, wir nehmen keine Granaten mit, Alter. Hä? Wir nehmen keine Granaten mit. Die Granaten und ja, ich weiß. Daran werde ich sowieso nicht denken, weil ich einfach ein scheiß verdammtes kurze Bildnis und bin dumm bin. Ey, diese Handschuhe, ne? Das ist schon anders krank. So kann ich eigentlich nicht sprechen. Kannst du so. Kannst du so. Warum beschwerst du dich, wenn du es kannst? So. Ich dachte, wenn du jetzt Fall da unten machst, dass du dann spricht. Mit feiner unten kannst du gar nichts mehr machen. Ja. Nee, überhaupt nichts mehr. Warum auch immer. Ich hätte was gemacht. Fall nach unten für den Random Spruch. Und Fall nach unten gedrückt halten für Aussuchen. Dann wird dann ja revived. Eigentlich sollte ich ja mit LMG spielen, weil ich hätte auch brauchen. Aber ne. Boah, dieser Volkade im Hintergrund, ne? Der sieht so anders geil aus. Oh, fuck dich, ne? Okay, ich hab Probleme. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Aber, Mama, ich hab nichts vom Heal. Das ist eh und los. Ich hab Lippie, ich kann mir nicht abgeben. Ich hab gar nichts. Wir sind nicht los. Nein, der Lippie-Skipper, pass auf. Er schippt wirklich nicht, man. Wir haben sie viel zu schwach gemacht. Wir haben sie viel zu schwach gemacht. Deine Frage war gut, Alter. Was denn? Eine Frage. Warum bist du schon Level 4 von Level 110? Das war das Beste. Warum bist du schon Level 4? Warum bist du jetzt noch nicht? Das ist die andere Frage. Wie sah aus wie diese Frage da? Ich wüns nicht wäre ein reicher Typ, ne? Wenn ich mich einfach Level 100 kauf und 10 Stück bespielt. Das wäre ein 1.000 Euro. Nö, doch. 1.000 Euro. Das wäre keine 1.000 Euro. Neeee. Neeee. Doch. Nein. Doch. Nein. 1.000 Euro pro... 1.000? Pro 100. Ich kann los... Nein, 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 nein. Für den Blabana nicht. Das wären 100 Euro, genau. Nein, das wäre nicht 100. Doch 100. Ja. Doch 100. 2.000, Alter. Hat ein bisschen falsch gerechnet, denke ich. Ich dachte, ja. Was hast du gesoffen? Du gehst einfach mitten in die Map. Weißt du, woran dich dieser Ort hier erinnert? Ja. An Magd. Dasti Depot. Achso. Magd. Ich komm mit Dasti. Na, kann ich erstmal Call of Duty sanieren? Ich will jetzt nämlich mal spielen, du. Ruhig, mein. Granate, Granate. Ja. Gegner vor mir. Wir sollen am besten immer zu zweit zu den Gegnern gehen. Nee, ich komm da nicht hoch. Jetzt aber. Meister. Der war hinten. Gibt's eigentlich die Mission Granatenschaden? Nein, ne? Granate. Holger. анate. Hey komm, nix. Du geh an den Fremd stift da. Ey. Nein. Was? Ich bin auf Dicke, das, er trifft nicht, warum?! Junge. Das sind der beste Stream in der Geschichte der Streams. Digga, kann ich ja auch gleich gegen die Wand schießen. OEr, weg diese Scheiße nicht. Alter. Alter, kann nicht installiert werden, Feedback, kann nicht installiert werden. Ich geh doch aus dem Metz, Juni, Alter. Mach dich so sein. Hallo, mach doch jetzt, danke. Ey, kühne installiert werden. Alter, wir scheuen, ey. Ich höre, du so, boah, beste Call of Duty in der Welt, ab 16 und so. Richtig geil, kann nicht installiert werden. Ich hab nicht gesagt, was ist Call of Duty. Ich hab nur gedacht, was ist nicht gemacht. Jetzt kommt die Zimmer rein, gezeigt. Und besser. Oh mein Gott, dieses Spiel, das ist so gut, ne. Kann nicht installiert werden. Ich höre, Digga, das regt so auf, ne. Ey, Facts gleichzeitig die Scheiße, kann nicht installiert werden. Irgendwann, was ist das, was ich jetzt sterbe, ne. Aber bei solchen Sachen, Digga, da kann ich nicht die Fresse halten, sorry. Da muss ich einfach reden, Mann. Das regt mich so auf. Ja, 26% gönn du einfach. Kabel weg, Kontrolle aufgeladen, let's go. 3% Handy perfekt. Gar nicht, ich hab keinen. Perfekt. Oh, das ist shit. Perfekt. Vor drei Welten würde ich jetzt heute schon gerne kommen. Ja, moin, fünf Leute sind schon weg. Warum ändert mich da so ein Bunker? Ja. Wenn schon fünf Leute weg wären, dann werden schon zwei Squats oder so ausgeschaltet. Ja. Und ist denn schon fünf Leute weg? Glaub ich. Nein, okay. Ich geh raus. Wir waren nur mein Gegner. Perfekt, Lockdown. Ich kann nichts tun. Und du auch. Kann nichts helfen, ich hab keine Wachtung. Ich hab zwei P20. Oh, ich hab nen Lockdown. Digga, er steht vor mir. Okay, also. Bleib mal drin, ich hol dich. Ja, tu dich. Ich geh nicht raus. Warte. Nein, es geht davon, ja. Was? Ja, moin. Versuchen noch einmal. Junge. Probleme. Sie können keine Apps. Sie können keine. Die Google. Okay. Prüfen, ob eine zufällige WLAN-Verbindung oder mobile Datenverbindung besteht. Bist du behindern, Junge? Ich hab Fehler und ich kann grad zocken und wieder streamen. Schritt zwei. Schritt zwei. Schritt zwei. Warte mal rein. Achso. Bist du noch Level 3, Alter? Das regt auf. Schritt zwei. Cash lernen. Und die Daten des Play Store. Das kann ich wirklich mal machen. Einstellungen. Und die Cash lernen. Cash. Hache. Hache. Guck mich an, Hache. Danke. Bist in der Google Play Store. Da. Wissen jetzt Cash. Hier bist du eigentlich immer wieder vor mir dran. Vorhin war ich erster. Guck mal erster oder zweiter. Hache. Haschi, guck mich an Haschi, ja App-Benachrichtungen auf jeden Fall ausmachen. Hallo, wie komm ich jetzt auf den Playstore drauf? Chrome. Ich werd die ganze Nacht sucht und durch die erste Woche fertig auf. Erst auf du? Stimmt, du darfst es ja. Tippen Sie auf App- und Benachrichtigungen. Rollen Sie und tippen Sie auf Google, tippen Sie auf Speicher-Catch-Lernen. Wo ist das? Haschi. Wissi, 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 wissi. Was ist denn jetzt Catch-Lernen, hallo? Ich schick das immer noch meinen Eltern, ne? Ja? Mach dir leid. Ich schwöre, alter Spanien, wenn du dabei bist, dass ich nochmal so bin. Bleib hier! Nein! Fick dich zu. Okay, tschüss. Geht nach, geht nach, geht nach. Okay. Geht nach, geht nach, okay. Die werden uns nicht tun, wir haben Gibra, die kriegen Angst vor dem Gibra, das ist fett. Der ist fett. Der ist fett. Der hat Angst, er hat die Grafitation um uns zu zerquetschen. Oh, ne Scout. Oh Gott. Ich brauche immer eine Air-Draw noch eins. Hä? Wie war? Oh Gott, hier ist einer bei mir. Achso, geht es leider nicht. Auch keine Angst da. Kann auch daran liegen, dass ich noch 2% habe und mein Handy aufladen sollte. Glaub ich nicht. Spielst du die Challenge? Ja. Noch? Ja, warte dann... Warte dann muss ich irgendwas, ich denste dir jetzt einfach ich, ich, ich. Nein Spaß, mach die Challenge nicht. Okay, ich denste dir jetzt mal irgendwas. So, ich denste dir ja nicht... Ja, 3-1. Boah, das Spiel ist auch geil. Ich hab einfach... Also, seh. Ich schwör ich denste an dir als Puzzle. So, ich denste an dir als Puzzle. Ich schwör ich denste an dir als Puzzle. Ich hab mich spürt mal bei einem Puzzle, weil ich voll Bock auf Puzzle hatte. Das war voll scheiße, man. Junge, du war mit deinem All-Vater, bist du All-Vater oder was? Fuck! Das Ding! Nein! Verschwinde nicht! Verschwunden. Oh, ich glaub, es ist kaputt. Ich weiß nicht. Oh, die Charge-Treffel ist scheinbar. Iva. Che war ein Gegner. Ja. Oh, er ist hoch, komm. Warte noch, komm mit Charge-Treffel! Komm bitte! Oh mein Gott, endlich! Wo sind die Deckbox da? Mein blauen Körner, mein... Der hat nix! 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 WEB! Ach Junge. Ernst, damit sie ja mit der Geschichte gekommen. Der war das Bettlis Buch! Ich hab' gar keinen Ft vorzett! die rechte überlegt hintergrund information stream keiner hört sie zu oder mir das ist mir jetzt egal hat ja dazu sag mal für Leute die sich in 30 Jahren können wir eine Million Abos und für Leute die sich dann 30 Jahre und an die alten Videos angucken Spaß dir das war gelogen für es hilft nur so tausend ja hintergrundinformationen der er wollte ich dachte einfach wirklich der von der Bühne bei der Leiter und ich hab kein Dependent und deswegen euch das so gesagt wenn er die Moni ich hab keine von sich hatte ich der Fall ich brauch noch neun Kilometer mit der Tat wie kommt man denn da hoch wo ja zu ihm weil ich bin ich habe meine Aussie zu er ist ja gebreit erlaubt er braucht man nicht zu tun das war die Freizeit Okay, jetzt geht doch mal mein Handy aus, Digga, was ist denn das jetzt? Ich weiß nicht, ich hab auch mal nachgedacht. Boah, ey, ich muss... Kann man irgendwie no sagen? Du warst. Heppa! Heppa! Früher war es dann, danke. Ich hab mit paar Feind eigentlich so easy Missionen, ne? Was ich trotzdem nicht? Weil ich die Dainty fertig haben möchte. All-90, free. Was glaubst du in die nächste Mach, wenn die in Ipex reinkommen wird? K98? No. Kann man eine Raketen machen? Mit Time Speed. Warum nicht? Fuck! Was ist denn das Video? Perfekt, Digga. Ich bin die schon gerade ein bisschen so. Oh, perfekt. Lockdown. Ey, was? Irgendwo bist du, Digga? Wir fighten hier um unser Arschwillen. Ich hab den vollen aufmarkiert, aber... Sonst will ich auf meine Markierung halt gar keiner. Noch ein Lockdown? Ich weiß nicht. Nein! Wo ist der Typ? Ach, was wurde gemacht? So, komm! Du musst wieder daneben, Digga! Du musst wieder daneben! Ich hör mir den. Irgendwo da. Ja, ja, ja. Wir haben ein Zonenproblem, ne? Komm auf dein Schild raus. Oh, er macht Airstrike. Er macht Airstrike. Er fang nicht reif. Natürlich, zwei Hits mit dieser Titan nach oben. Bringt ja überhaupt nicht. Ja, ich kann nichts machen, ne? Danke! Ich will bitte! BUSHIN! 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 Was soll ich machen?! Das hab ich ja nicht gefunden. als ob er jetzt alle holt zwei schüsse hallo hallo ja heute gab es 700 meter laufen fünf trotz junger ist der beste der du schaffst das du kannst du kannst es mann du kannst nicht einfach rennen um deinen arsch ich hätte 45 und meine scout ein sniper muss die käser wäre jetzt ist egal lutherus und rutschung ist gut hier ist kurz noch schadens hier ist kurz so gut du siehst du bist in einem netz machen nicht nur fünf kippen ein match machen wieso fünf Fünf! Ja. Fünf! Alles klar, das schaffst du schon mal. Und dann noch drei in einem Match als den. Da könntest du zwei mit einer Klappe schlagen. Nein! Die Knockdowns wurden jetzt einfach easy weggefickt. Hallo! Oh, die Kills wurden jetzt weggefickt, man! Soll ich einen Kiddy bekommen? Hallo! Obwohl ich hab einen knocken können. Und der andere war auch noch genockt. Und das glaub ich noch durch mich. Perfekt. Oh, Last of Us soll, glaub ich, diesen Monat gratis. Ja, das kommt ja, oder? Ich glaub, das kann man schon vorbestellen. Er muss gar nicht so weit laufen. Nichts nehmen über einen Gegner, hat er ihn gesehen? Sieht er? Warum sieht er denn? Nein, bitte stirb dich, bitte. Nein! Du darfst nicht sterben, Junge, du darfst nicht sterben. Geh hoch, geh hoch. Er wird jetzt sterben. Geh hoch, Junge, du schaffst es. Du sagst, er überlebt doch nicht, bis wir da sind. Was will ich denn jetzt machen? Nein. Mach es oder mach es nicht. Aber nicht beides. Perfekt. Ja, so perfekt ist auch schon wieder nicht. Nein! Ich bin jetzt tot. Sind wir tot. Nein, er ist danach! Recht! Nein, 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 nein. Nein, ich will raussteigen. Phil, spring nicht! Ich muss! Nein, du musst ab! vom Gebäude runtergesprungen ein bisschen um ja ein Problem mit dem Hintergrund die Prozent ich möchte nein er soll sich in der Mitte an der Klinik er ist er trägt kann man bitte einer sagen sie sind dieses Spielmarkt dafür dass du genau auf dem gegner drauf bist nein du triffst ihn nicht den shot ja genau ist so ich habe nichts gesehen hinter mir er stand nicht direkt hinter mir er war nicht so behindert warum hab ich die knockdowns nicht fertig mein sohn alter ich hab einen knockdown von neun direkt ich bin jetzt hier macht den wochen oder so alter jorge was soll das denn jetzt was alter der wirst du gerade dein hetze kaputt machen ich schwöre du musst in meinen stream kommt das hören der das aber anders kann man sich in Hamburg wirklich ja ich will das kundin und zwar 3 er ist ob drei werden ich fick dich alter einigen mit dem treten werden kann das ist ja nicht nur okay hier ich muss mit top 3 mit als die die auslösen in der die 3000 dp in der e-mail 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 sieben nur er liegt daran dass sie auf jeden Fall sterben Also auf dieser Map werde ich kein Main landen. Weißt du, wo wir noch nicht waren? Da. Jo. Wollen wir da hin? Ne, das lohnt sich nicht, glaub ich. Ja, okay, das ist der Name. Ja, wieder meine ganzen Sprüche. Bisschen Survee biegen. Bisschen keins Geld biegen? Zu verarschen, Alter. Bisschen kein Gegner? Doch, glaub schon. Doch, was ist auf mir gelandet? Perfekt. Also nicht perfekt für dich, aber perfekt für mich. Perfekt für mich. Okay, komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm, ich komm, warte. Ich komm, ich komm, warte, warte. Er sagt, ich komm, ich komm, warte. Okay, ist hinter dir. Keine Ahnung, wo Esschen verloren wäre, wenn gelaufen. Oh, das kann man schenken. Jo, ich seh. Ich komm, wir versuchen zu powertunen. Ey, komm, dieses Spiel macht doch keinen Spaß! Schau. Schau. Wenn du mich reviven sollst, noch, danke. Das ist einer! Oh Junge, darauf zu finischen! Das ist keine Hobbys! Komm hier! Komm hier, komm hier! Ich schwöre, hast du keine Hobbys? Achso, hi! Der kommt, der kommt, der kommt! Mach mal! Der kommt! Der kommt! Ja, genau, komm, 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 ja, ja, komm. Ich schwöre, bitte, 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 nein! 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 Von hinten, von hinten, von hinten! Von hinten, Digga, er kommt von hinten! Ich schwöre, ich hoffe, seine Eltern werden gerade fertig. Ich schwöre, was dir ist, Digga. Ja... Er kommt von hinten, Digga, mit der größte Missgeburt der Welt. Ich spür jetzt die kosten! Ich spür jetzt die behinderte Mission in diesem Spiel! Was denn? Nein, ich spür jetzt Pfeffer noch. Alter, Junge! Naja... Er verrückt komplett, Digga. Und das hört man auch an seinem Mikrofon. Und an seiner Nase. Ich schreibe mal am Freitag, am Freitag Zertrink, am Freitag. Schreibe mal am Freitag Klausur. Richtig. Schön. Also schön, Digga. Also richtig Ehre. Was wird's nicht? Da sind wir ganz ehrlich. Oh, Junge, jetzt bist du wieder Funka, Digga. Erst machst du die größten E-Rap deines Lebens, aber jetzt bist du wieder Funka, oder was, Mann? Ja, so hart hat einfach deine Städte. Ich schwöre, diese Stimme, Digga, die regt anders auf. Ich brauche, du hast das animierte Pathfinder. Ja, hab ich. Aber nicht für seinen Main-Bangalore. Ich schwöre, er hat den Skin immer noch. Ey, er hat den Skin, Digga. Oh, so klatschen, Digga, bist du noch? Dome, let's go. Das war zum Vulkan. Ich geh, ja. Wo ist der Vulkan eigentlich? Ach so, da ganz hinten. Wo ist der Vulkan eigentlich so unscharf, Mann? Aber die, aber der Rauchscharf. Hä? Ja, aber was ist... Oh, Sand in der Lava. Ja, ja. Aua. Ich schwöre, Digga, was haben die sich... Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich mit Doppel-F geschrieben, Digga. Fick dich mit Doppel-F geschrieben, Digga. Ich schwöre, Digga, fick dich, ich schwöre, Digga, fick dich. Nein, fick dich. Nein, lass mich in Ruhe. Kiefer. Ist geworden, ist geworden. Oh, One-Shot! Aber da ist noch einer. Oh, fuck. Nein, 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 nein... Alles. Was sind das denn für A حtenschweres, die ich mir nach Friedens habrere. Ich schwöre, Digga. weiter noch die perfekte das ist das ist ein Fick gib ihm noch 200, gib ihm 100 ich höre du Funker Hallo! Ok dann hab ich das schon gemacht Fick dich! Nein! 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 Ey, Mann! Du bist nur ein Mann Ich höre es geht Ey, Mann! Geht das? Ja, es geht Ey, Fick dich ein von deinem dreckiges Ach, und ich nicht oder was? Ich bin in Laber geknallt, Junge! Ich meinte dich ja, du bist sicherlich geschützt! Ich bin so ernst gesagt, da habe ich verstanden, ich bin auch nicht gestorben, ich mach zwei noch aus Ich gleich habe jetzt zwei Kids in der Runde noch ein Da bin ich mein Daily fertig Ich dachte 5, ach so Ja, mein Baby, meine Weekly 5 Und ich renne da jetzt noch mal rein, ne? Und wenn man sich mal rein, ne? Und damit, ach, der reint auch dieselben Stand Ne, er ist doch vor mir, vor mich gelaufen Was ist das bei mir? Ich will in die Lava rein und meine Sachen holen Das sind bei mir nicht, ich muss Wo ist es denn? Wo sind meine Sachen? Ich bin immer in der Lava Hä? 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 He? 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 Korbanne Schwierig musste es aus Perfekt Tydaten ugh Four John Perfekt! Ich hab nur Schrofflöden, die mir haben können. Ich hab nicht mal einen Hochschlöden, ich mach ganz schön. Ja mannig, also lass das Blut des Railroaden Wingman machen. Ich hätt hier auch schmelzen müssen. X-Analysierer, ne? So wie damals in Solo-Story. Solo-Story. Solo-Store-Story. Den Film, den wir zudrück geguckt haben. So, ich kann so extrem auf à la Wackba, als die Brücke in die Luft geflogen ist. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich glaube, hier ist die Tür. Der Bunker mehr Rücksicht. Da liegt ein Goldner drauf, dass ich gerne die Welt haben will. Alter Goldner, Rücksicht, Digga, da liegt alles goldene, glaube ich. Ja, sonst alles goldene. Ich schwöre, wenn wir jetzt Top 3 werden, ne? Ich raste sie aus. Ich bin doch Pfeiner, ne? Ne, weiß ich nicht mehr. Wo sind meine Scandinger? Wie viele Scandinger gibt's auf der Mail Palllo? Hä? Aber genau das muss ich scannen. Wirst du dich verarschen? Wirst du dich verarschen? Wirst du dich jetzt kom- Wirst du dich jetzt verarschen, Apex? Ich bin doch mal her, mit mir, und schieß deine Sipplern da rüber. Da rüber. Geht das? Ja, es geht. Ja, es geht. Geist, wo war, da war das. Fuck noch mal. Hast du das? Ja, 20. Geht nach von rechts. Brauchst du das? Zonen und Geht nach von rechts, ne? Komm mit. Ne mit, ne mit, ne mit. Kommt. Pass auf, ne? Ja, sag mir, ich hab schon. Oh, Junge! Ja, das ist in der Zone. Hier ist ein Geysir! Aber den kann man nicht nutzen! Au, 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 nein, au, au! Ah, das ist noch die Round 1 Zone. Das ist ja nicht so in der Zone. Und da sind natürlich noch Gegner. Und da sind wirklich noch Gegner. Und ich werde schon wieder abgeschossen. Eee, schelte, ich bin jetzt auf dem Lock. Schöne, ich bin jetzt auf dem Lock. Oh man, warum stirbt der denn nicht, Juri? Da gibt den Zeit doch seit des Lebens, Alter! Noh! zu decken würde die umgekehrt für die irgendwann keine drei nur das steht da immer noch ein Bild nach dem Leben in der Kopp bei jahren es geht fast so wäre es per Finder ich habe den Weg in den Hälften mit Prozent wir wollen so war Ich schwöre, Digga, er gibt mir die größten Zeit noch meines Lebens, Alter. Digga, die neue Waffe ist so scheiße. Ich mag sie irgendwie, keine Ahnung. Er spielt so Krypto, der ja. Pick me up, pack me, pick me up, what? Vor allem, man kann das jetzt gar nicht machen, wir haben die Alten, man kann nicht capen, weil es zu wenig Häuser gibt. Die Merkriebe gucken. Ich hab zwei Kills, das ist level 100, Digga. Ich muss schieten, Digga. Oh ja, jetzt reicht's mir. Ach, hier ist... Ah doch, es gibt Sachen. Also es gibt da was, dann gibt's da was, da was, da was, da was. Also es gibt fünf Sachen. Wollen wir Training? Training, also Training, Digga. Ja, okay, komm. Dann kann ich jetzt einfach mal... Da waren wir schon, ne? Ja. Geht direkt dahin und benutzt. Du bist es. Links. Neben mir. Ja, was ist das, Digga? Ist es da? Oder ist es das? Da ist es. Nein, ich erst luken. Ich erst den Robots, ja. Perfekt. Perfekt. Da steht die Drohne. Bleib still! Ich weiß gleich welche Seiten halt der Schlüssel hat. Ich glaube, Rot hat der. Weil der war ja auch Rot im Trailer. Das macht gar keinen Sinn. Rot gibt's ja gar nicht an den Drohnen. Ja, vielleicht ist er einfach... Keine Ahnung, Digga. Aber warum war der dann Rot? Du bist so roped. Ich hab's gesagt, nur Schlamm, aber... Wir sind nicht wie am String gewesen. Perfekt. Aber doch unter dem Medikids... Wie er es macht dann ist. Oh, ne Pistel. Mach Spaß, warum nicht Energy... Er gibt mir Energy-Modeln nicht zurück, Digga. Ich hab ne... Achso. Hier war... Ja, naja. Noch einer. Vielleicht schaffst du diesmal Legendary? Oder wennst du keinen Cargo baust? Nein. Aber, Digga, was ist das für Treppen, Alter? Oh, voll geil. Ich bin lieber auf so'n Trip, ey. Ich bin lieber auf so'n Trip, ey. Ich bin lieber auf so'n Trip, irgendwie in Norwegen, Digga. Was war denn das, ne? Anybody need any ammo? Anybody need any ammo? Ich hab das schon gescannt, ne? Aber warum geht das nicht weg? Was? Ich hab das doch gescannt. Na, hey. Sieht doch ganz anders aus. Geh nach. Geh nach. Geh nach. Ach, komm, Alter, Junge. Nervt doch nicht. Wo denn? Hier, einer. Es ist immer einer, Mann. Und der kommt von hinten. Und dann holst du ihn. Ich spüre, Digga, wir sind zu zweit, ne? Es ist immer so, Digga. Es ist einfach wirklich immer so, ne? Und der hier? Oh, ja. Oh, ja. Oh, R301 ist Ehre. Das ist schon Ehre vom Spiel jetzt. Hab ich auch schon. Ich hab's gehört. Der Zug ist gerade da. Schaffen wir den? Ja, wir schaffen den. Nein, ich bin auch noch schaffen. Nein, der fährt los. Wir sehen uns wieder Tone, Bro. Stopp. Nein, so ohne. Ah, Zug. So. Er steht. Oder ich. Ich lasse ihn gerade allein. Jetzt ist es, was ich mich frage. Von wo die Stimme immer kommt. Von welchen Lautsprechern. Keine Ahnung, vielleicht eine zwei Karten. Ja, warte. Ich komm dann jetzt. Ach so. Ich bin die Wache aber richtig kackig. Die sind nicht mehr Wache mehr. Der Zug bewegt sich wieder. Nein, so scheiße gar nicht. Ich bin eh nicht schon, also was nicht. Ich sag mal so ein Scand-Ding. Der sieht gar nicht anders aus. Sie soll sich das ganz benutzt, hä? Und so. Oder? Kann man auch noch. Wir hätten voll in die Zone fahren können mit dem Zug jetzt, ne? Das ist hier so scheiße geil, oder? Das Kapitol City oder so. Gegen Abend, wir sind der Package gut dafür gebracht. Warte doch, Mann. Warte doch. Getroffen. Oh mein Gott, wir sehen doch mal. Ja. Bitte. Wo bist du denn? Ich dachte, du kommst mit. Perfekt, Digga. Wow. Das ist okay, dass du nicht kommst. Schöne, dass du nicht kommst. Der Pfeffiner ist so low, aber der nicht. Mach Pfeffiner. Hast du das nicht gesehen, Digga? Dieses Knock? Das war schon geil. Ja, sorry, Mann. Ich war nicht hinter dir. Ich war nicht hinter dir. Apex back, komm. Nix. Schade. Ja. Ja. Ach, Junge. Ja. 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 Du bist nicht schon ganz schön. Tails. Ja, Tails. Ja, Tails. Du hast gesagt, es gibt nur ein Level-Up. Kein Level-Up. Ja, kein Level-Up. Ja, ist ja okay. Davor hast du nichts gesagt. Äh, Chipo ist okay. Er weckt. Ich spür mich breiter. Ich spür mich breiter. Oh, wie lange dauert das jetzt, Digga, damit du wieder normal wirst. Ja, deine Stimme. Oh, dein Headset. Ich spür mich nicht besser. Bist du rausgegangen? Das ist dein Ernst. Ja. Ich denke, du brauchst nicht. Warum hast du keinen 4-Minuten-Band? Hä? Hä? Was liegt Hendrik? Es will nicht. Hä? Hä? Warst du denn schon ne Match? Hä? Warst du schon ne Match? Ja. Ja. Ich bin ganz nochmal ausgegangen. Ach, die ist schon wieder so ein Typ. Bin ich nicht vor dem Branding sein. Ich hab's wohl mal auf Ehrenmann die Hoffnung gestützt, dass es Ehrenmänner gibt. Nein, noch mal rausgehen. Warte. Bitte. Bitte. Äh, du hast sogar noch mehr Hornsinn gemacht als ihn. Oh, der Geist, hab ich Hornsinn gemacht. Ich hab ihn nicht mehr aufzuladen gemacht. Bist du wieder raus? Hallo? Hallo? Und? so. Bist du auch drin? so. schaff' ich das? hey, mach den. ne, ja, genug an ihn aufprobieren. Schaff' ich das? oh, ich hab' ich den. Ich hab' ich den. Er kann zu gut fliegen, wenn ich dann überhaupt... Dann mach ich das. Er hat aber geile Haare, finde ich. Boah, wo willst du denn in der Luft mit der Hände beginnen? Look at this, look at this, look at this, look at this, no hands. Ich muss die Hände benutzen. Es gibt so ein Freefall, nein, nicht Freefall, aber es gibt so ein Skydiving, äh, Ding. Ich hab von der... Ich hab von... Boah, wenn du mein Hirnwankenskopf gerade, ich wollt grad ein Achtung, Ausdrucksschild, auf wem man schafft. Daher hab ich eine Wache. Ja, da war ich auch so ein Ausdrucksschild. Ja, war's. Guck dir das hier. Zeilen, boah. Also die Hand von dem, ich find sie mega geil, was ich... Hier, komm mal her. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Guck hier, ich fiel so rein, guck da ich, oh, da ist was, dann hier zum Schild. Geil. Ja, du siehst so, wie du dumm Apex macht. Jetzt fängst du ein, Achtung, Ausdrucksschild, in eine Waffe für dich. Lعos. Logo, yeah, mit Gäden. Alter, was hat das für ein Geig das Genetr and Rauf. Tschüss. Prozent die Welt der Treibler doch fast aber auch der Rotmach ja ich weiß und ich habe uns ins Gelände geachtet ich wusste dass es die der Tat aber nicht aufgeachtet gedruckt Existet ohne nein nein hier Fakt muss ich scheiße scannen ne Es heißt porkchops eigentlich Genie so gar nicht voll geil Existente fragt und er so Steil für Geil die Skak Wo habe ich gerade auf den Boden fallen lassen Geil Warte, warte! Das! Kannst du das mitbringen? Ich bin glaub nicht in deinem Nähe! Weckt! Warte, warte, warte! Ich bin jetzt in die Magathin-Erweiterung bringen! Hä? Was denn? Warte! magazine erweiterung so ist ja meine externe 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 wir sind die blaue gang yo ich wollte gerade wirklich wieder ein blaues körperschild aufnehmen kaputt komplett neue mädchen ich hätte auch komplett nicht fassen ich bin ein bisschen mehr wagen durchfeuern ich glaube es war gold aber ich habe beide gleichzeitig schon mit einem schrumpel geschluckt ich weiß ich nicht wo die eigenen übergeladen sind das ist nur ein externe reager leider nix war nur grau ich meinte blau, grau gibt es nicht nein wirklich grau und bei dir war es blau nee, ja, ich dachte ich habe etwas blau gehabt oder wenn ich das war ich tue euch so gut, dass ich wieder markiert habe aber ihr habt natürlich nicht zugegeben und da fand ich wieder, wo bist du hab ich mich einfach gefragt, wo du bist fragst mich vorhin hast du vorhin, wo du die Elster markiert hast ja, vorhin ja ja, vorhin ja und jetzt nicht genau das ist der Punkt das ist der Punkt der Punkt, der Punkt scholen der Punkt hat ein ja, meine das wir lassen aber egal er bleibt das so stehen egal mehr stehen hat keine ahnung was wo so ich keine schütze mich ja auch schmeckt man muss kein Headshot mit dem Laser geben, aber ich bin gleich tot. Ja, macht eigentlich gar keinen Sinn. Hände, komm her. Oh nein. Wurde ich nicht. Ich kann mich drauf schossen. Nein! 121, ach! 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 Was ist das? Jetzt hab ich von 121 gemacht, aber jetzt kommt kein Bock mehr. Ich war mit der 128. Sorry, Bro! Ja, kein Bock auf 121. Ich bin echt verfrustpissend. Ich hab Musik geliebt. Das ist ein Pissen. Spannende Musik Warum bist du noch nicht bereit? In die Frühstück, wenn du willst. 20... ...und dann nach... ...ne, dann kam einfach immer. Schwere, der Rümbuch ist halt einfach durch die Wohnung geschmissen. Ja, hab ich. Das vergeht nicht. Aber zu recht. Ja, das ist teuer und nicht mehr das alles. Das war's gut. Nein, das war's gut. Das war's gut. Nein, das war's gut. Es war's gut. Es war's gut. Okay. Der Typ hat schon zwei Wins. Ja, moin. Rafe ist natürlich wieder die längste Pose. Halt dich Frise. Ich über 23 Pistekeitsen hat's drin. Wer? Der? entgegen ich sehe auch wenn er keine Plakate oder für wenige gibt und alle beim Kumpel und woher das sein dass irgendwie wenig sie sind übrigens in zwei wegen um den 6 Dienster schließlich er wird sicher ein Spaß wegen dem Event oder so was für ein Event? ja Event, in dem man alle Challenges geschafft hat im Event mit dem Braves das Event nein, die wurden jetzt dieses Ding zugeschnitten von Effekte so war ja nur eine Vermutung und wir haben es schneller gemacht Philip muss den Lockdowns machen, was kommt hier nicht? genau, Gegner ach, du mal leid wenn du in viele Wochen mit dem Suchwerding hast einer der aufstehende Karten also Null was? ich glaub, dass die ganzen gar nichts für eine sind hab ich wirklich, der wenn ich jetzt ein Lockdown mit einer Pistel mache hab ich mindestens zwei perfekt nicht so perfekt perfekt hab ihn so fertig Mission bleib mal stehen komm oben schieb doch noch nicht jo warum hab ich den Triple Take, die in drei Schüsse geht und trotzdem keinen Schuss trifft? wo ist der? schick der der Liger der Typ hat alles im Blick ist mein Schild eben aufgeschlagen er hat sich der zurück er aber weiß dass ich mich frage was dann der letzten der effekt für das körperschild nicht im körper schaden ist gerade gesagt aber nicht mehr bringen und das war ich nicht wie weh ich rede mit einer Kaffee von wo? geht's doch mal unten lass mich um die Ecke kommen auch wenn ich dich re-weifen obwohl doch der Zug ist da ne äh guck in die Anleger ich steh da oben die ganze Zeit und snipe wie ne Missgeburt und der Maid Digga wo ist der schon wieder doch auf damit Digga alter warum geht mir jetzt auf mich wenn ich fragen darf und dieser auf den Schild packt und mein Schild noch auf der Brücke wieso kommt jetzt erst der Maid zurück wenn wir beide tot sind Alter Null da fährt die Zappbleibin grad runter was ernsthaft Zehner hätte er sie alle gefickt Hä? nix ist grad ein Zappbleibin runtergefahren in die Erde und er looted er looted ich darf nicht zu dann tut er nicht doch das kann ich noch verstehen eigentlich sogar nein kann ich nicht das will ich auch nicht machen weiß was ich nicht verstehen kann wenn du irgendwo runter gefallen bist du ein Legendary Helm hattest du stirbst du stirbst und dann merkt ihr den Legendary Helm klaut und dich verweift das ich brauche ich brauche in den Helm klaut wenn er mit dem Blüten tut und die auch und kann meine Erkunft mit der Geschichte der Form der Waren Gegner und der Gegner hab ich runtergeschobst also sind wir beide gestorben und die Gegner hab ich vorher nie gesehen und die Gegner hab ich vorher nie gesehen musst du meine Sachen und löstest du eigentlich meine Sachen anstatt deine Sachen zu looten so los ich wenigstens mate ach der Gegner ja das wird nicht mehr also nicht mehr ich brauche pull Willy raus ich brauche ich brauche Shit danke ich brauche das ich brauche das ich brauche das Korinem ja ja erb hab ich magafa aber hier nicht mehr der selbst an die Sonne denn im März kann die Reise eröffnet sich viel die Kölzer 540 so ist der Nürnberg wir kommen die gewählten Lacken und der Papier in sondern im Spiel der ja ein lieb zu verfolgen schickte ja ich brauche ein bisschen was wo auch die stelle ist er mir erst so um ist da noch so eine station wo man alles neun Ok Oh Ich dachte schon Ja, wie wir mal, wir sind perfekt komputiert Gib doch Nein, nein, ein Ort gefunden, Canyon Pass Wo war das Heavy in Mac? Es gab doch zwei, oder nicht? Ich hab beide gemacht, Thrallout und Longbow, warum beide siehst? Perfekt, Digga, ich brauch ne Wingman und so, Nocturne, das weiß ich Bescheid Ich hab noch nicht einkickt und muss fünf Stücke immer mehr machen Na, Junge, schaffst du irgendwann, irgendwann machst du wieder ein 7 Kilometer, weißt du Bescheid Ich geh das mal kack Jaja, trotz Soll ich nicht schlagen, damit's Wir müssen nicht schlagen Komm, du machst zu mir Ich kacke grad Ich steh uns Ach so Das ist echt kack Ja Raus, ich kacke Haha, okay Ist ja okay Ich brauch, weil ich nicht kacken muss, weil ich ein Roboter bin, oder? Äh, 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 äh Meine Schaltkreise, äh, 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 äh ganz krank ich mach dir einen Jumper, ich muss hier nicht verlassen aber erst hier kann ich den Platz, weil jetzt bin ich voll Oh, ein blaues Körperschild kannst du nehmen Anzeige, ah ne, ist einfach wieder rot drauf von der Lava, aber ich sag grad da bin Nicht in Lava bitte, danke, Spiel Was hast du für einen Helm? Was ist das, Korschen? Hier ist so viel schwere Bunni, Alter Ich brauch keine mehr, ich hab 95, das sollte reichen für einen Wingman Ich brauch nur trotzdem noch welche mehr Ich brauch die Flies abgeschüttzt Nicht mehr als jetzt Ich werd grad den Cinex feiern, markieren für mich auf einmal Und ich hab den immer markiert Ich hab den immer gericht Weil, ich bin einfach zu Ende Ich hab den Lock So, Mission, glaub ich, vorbei Ich glaub, der Ist immer anders verändert Boah, Dinger Ich weiß, wie manche Locks wird nicht von uns Wir verlieren die Runde von uns zu tief Du kannst uns ja spielen Du kannst uns ja spielen Das ist gut Das ist gut Jetzt hab ich zu Ende der Autofahrung Was ist das? Nein, bitte, 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 Mate Nein, Mate Ich bin in die Ballypass-Tufall Ich werde nicht mehr überwacht, ok Ich hab keine Beziehung geschafft Doch, ich hab den Beziehung Ich bin die Erfahrung Oh, nein, diesen Der Finish wirklich, der Kater Er finischt wirklich, oh mein Gott Er ist wieder voll Bitte Bitte, Mate Du bist der XXLiter Pro Spieler Nein Nein Spiel schlau Oh ist er geschenkt Nein Das ist doch wirklich nicht wahr Ja eine Flatline Ich bin der beste Spieler der Welt Ok dann bitte so unterstern spielen Take off hat mir jetzt gar nichts Mal gucken wie sie unterstern schlagen Get 3 knockdowns in the tree Alles klar Baum Ok Survey beacons Caustic Ah ich spiel jetzt einfach Caustic Kommt Du misst mit seinem Sch... Mit seinem Scheiß Gas alter Tch Ich glaub Die Leute halten mich alle für blöd wie das Spiel spielen Ich hab jetzt noch keinen anderen Ghost gesehen Weil keiner hat sich in den beiden Papillen Tau für mich Ist mir egal Ich liebe Ghost Ich wollte Ghost unbedingt spielen Ja Junge Ghost bist der Mann alter Ich hab dein Auto gemacht geil Naja Ich mag allgemein solche Sachen so wie bei Octane Oh Gott Schön meine... Solche Masken Ghost dein größter Erohn Schade dass du gestorben bist Ich will diesen Jumper Achso Ich muss den Jumper um den Jumper abziehen Ich glaube ich das Bisschen um warum der letzte der in den Spiel kommt immer Jumper aus der ist Hä? Was hat der denn jetzt, Alter? Ich weiß nicht, ob ich den letzten Mal ausmacht habe. Kommen wir da hin? Ich will das Schöpfchen sehen. Nein, ich bin tot! Ich wollte, ich wollte gerade sagen, wir haben richtig gern, wenn wir suchen, zu zerstören in Apex geht, aber... ...ist ja, wie es ja zu zerstören in Apex zu holen. ...was auch anders los. Ich nehme nur einen Gegner und zwei von meinem Name. Sommerwohl ich nicht immer vorbeugt. Ich bin nur ein R-3-1, sonst kann ich jede Waffe spielen. Ich bin nur ein R-3-2-3-1, sonst kann ich jede Waffe spielen. Ich bin nur ein R-3-2-3-1, sonst kann ich jede Waffe spielen. Ich glaube, dieser Vokan in den Hintergrund, der sieht so anders geil aus, Mann. Ob es das ja irgendwann ausbrechen wird? Also nochmal, oder richtig ausbrechen, wie es so gesagt. Hallo? 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 Ja... das wird doch Möcker komm, Möcker! Ja! Nein! Wir haben folgenden Geräusch mit dem Möcker! Ich habe ja mein Möcker getötet, wo das noch nicht mit dem Möcker geholt Äh, äh, ich will doch, ich will das nicht Schon wieder 2 gegen 1 gewinnen, die Renauer, oder? Ja! Was musst du hier machen? Ich dachte schon, Digga, du wärst der Zug! Gott, ey! Ja! Ja! Ich so, hä, was machst du da oben? Oh Gott, ne Runde, warte! Ich werd nicht Highlights spielen! Es gibt doch irgendwie gar keine, äh, kein Scoreboard! Darf ich nehmen? Ja! Gut! Ich brauch eh keinen! Ich hätte grad fast einen krassen Schimmelchen hingelegt! Oder eine Fass! Ich muss da einmal schießen! So, jetzt! Ich bux ich da mal raus! So! Hier! Schöne, schöne Propangasflaschen! Schöne Propangasflaschen! Schöne, ja! Schöne! Ja! Ich hab so ein Bild, er doch nicht mal einen Backsteinsfall, so, 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 so. Fuck das kWebinde! Ja! Das stimmt, nrg Ich werde mich nicht mehr wundern, wenn du mich nicht mehr wundernst. Du kannst Mein Name ist abklappt, aber ich werde mich nicht mehr wundern. Ich werde mich nicht mehr wundern. Längst? Ich werde mich nicht mehr wundern. Ich werde mich nicht mehr darauf warten. Wenn ich nicht mehr wundern bin Oder ich hatte so 3 normaler Runden gespielt, weil ich die Tiere Internet rausgezogen habe. 200 MB Ich komme auf Tüten geht das ? Ah was, 1201 Ehre Ähm, glaubst du Ich glaube, ich stelle meine Grafen... nein, ich verletze ich stelle meine Grafen, die Leute... Ludwig das Apex die Vokanidee von vorne geklaut hat nein wenn wie schiss ist das der Fall ist aber ich glaub nicht weil Apex ich bin 4 der Weg töte sie ich bin 4 Zertrich perfekt Digger Schreie 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 Reloaded. Aviation extra-PAM-Ice. Gas-Drop deployed. Interdependent variable. Interdependent variable. Archstar delivered. Archstar delivered. Foreign flash. Tossing thermos. Tossing thermos. Fuck. I still see it. My vision is clear. My vision is clear. My vision is clear. Huge men. Enemy spotted fast. Let's go this way. Enemy over there. Yeah. Enemy spotted. Attack. Blow it off to my drone. Enemy spotted strong. Enemy spotted slow. Assembly explode. Guest Ink vorbei. Dave. Das war's für heute. Ich würde gar nichts tun, ich würde überhaupt nichts machen. Es ist 2.4.1 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist das? Ich habe einen Blick auf einen von ihnen, über da. Der Rang ist dicht. 45 Sekunden. Die Pressure ist exhilarating. Wir sind dicht zu der Rang. Er steht wirklich nicht mehr, man. Ich habe den genockt. Ich habe den genockt. Ja, komm mal, Alter. Ich habe den genockt. Ich habe den genockt. Ich habe den genockt. Ich habe den genockt. Bis zum nächsten Mal. This is only the beginning, if it ends, you'll know. I'm not sure if you have any questions. I'm not sure if you have any questions. Die Guster of Wind Stimmt's Das war's für heute. Solid coverage. Let's go this way. We're getting ready to come down. What is this? We're going to see that. First slide. We have a two-dollar field first. Spitfire here. Get the extended mag and you're a solid base of fire. Oh global, undoubtedly. Let's reload. Right, alright, girls. They all come out over here, boys. waren jetzt fix wenn er wegrennt alter wie eine missgeburt links Aber wie ist der Typ L1101? Ja! Ey Digga, er ist ja wirklich alleine gelandet! Nee! Was ist das? Bestätig war die Dane nicht. Ich habe es noch nicht in der Näheımland. Nein, es wird sehr spannend. Wir haben einen Blick in die Höhe von unserem Bauch. Das ist noch nicht in der Höhe von der Höhe von dem kleinen torque. Was der weißer Ansatz? Wir halten den Wehra�, der wir befinden uns. Du hast das hier. Level 3. Spannend. Double time to make you. Okay, fine. Hop in the chimney. Okay, we can take it. Okay. Give me a second. We charge you. Please move. Alpha up. Give me a second. We charge you. We charge you. I'm going to run. Oh no. Okay. Got a hop up here. Thank you. I gotcha. Abwechslung. New killreader. Call if you spot him. East Florenton West Florenton West Florenton West Florenton um Kupfer 2 Tschüss! then you Now I want sniper optics Was ist das hier? Level 2. Shake a leg. We only got a minute. And the ring's right there. Gracias. 45 seconds till ring close. Faster, faster, faster. 30 seconds until the ring closes. You like cutting the close, huh? I did that. Let's reposition here. 10 seconds. The ring's just ahead. Let's go this way. I think someone's been over there. Ring, moving, now. I think someone's been over there. Don't tie it up. Ha ha! Care package. Sweet. Let's be honest. I'm the only ring champion here. New kill leader. New kill leader. Show off. Here's the air. Half the squads are toast. Looking for sniper out of it. off. It's not. It's große. No. How you noise? Oh, I'm the only. I don't know what I'm saying. You need to knock on your head. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hier we go! Hier we go! Getting shot at! Charging on my shields! Was ist das für eine Waffe, Digga? Fresse, Alter! Da? Ich bin Volk! Ich habe die Waffe, Digga. Ich bin Volk! Ich bin Volk! Ich bin Volk! Er war jetzt doch noch in Halt! Man. Ich bin Volk! Er ist ein Abfall. Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I'm going to find you, son. Yes! We can gas! 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 Das war's. Was ist das? Was ist das? ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I am incapacitated. Perfekt. 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 Come on, come on, come on! Perfekt. Das war's für heute. Das ist ein bisschen zu long. Schau dir noch mal zu kurz. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.